So, letzte Sekunden, letzte Sekunden und es ist Ickett Claw, meine Freunde. Heute ist es Ickett Claw. Und ich muss sogar zugeben, ein bisschen freut mich das sogar. So, ich nenne mal gerade eben den Stream um. So, in Klammer IE. Okay, also, der Stream heißt jetzt Ickett Claw, sehr schwer, Immortal Empires. Wodurch zeichnet sich Ickett Claw aus? Maschinen und Nukular, das Wort heißt Nukular. Ja, also Warpstein-Raketen. Er kann, wie ihr sehen könnt, Zugang zu der verbotenen Werkstatt des Klans Gryer hier haben. Forscht schneller um 20%. Seine Rekruten haben eine erhöhte Loyalität und Technikgebäude sind 40% günstiger. Das sind seine Effekte auf der globalen Ebene. Seine eigenen Kommandanteneffekte sind, dass seine Waffenteams für Yeshiles, Rattling, Kasonen und Warpflammbar von 50% weniger Unterhalt bezahlen. Und, dass sie von Anfang an einen plus 2 erhöhten Rang bei den Warpflammbar von Rattling, Kanonen, Giftwindkrieger, Giftwindwärmser und Todeswindkugelgrenadiere haben. Wir werden also hier einen hochtechnifizierten Krieg erleben. Wir starten hier in Skavenblight. Und ich würde einfach mal sagen, gucken wir mal, was wir jetzt hier einstellen wollen. Wollen wir hier irgendetwas einstellen? Also Rattenflut macht ja schon mal keinen Sinn. Vampirische Aufstieg, Wilde Jagd, Wilde Jagd. Der größte Wag. Voll der Grollen. Hey, komm, wahrscheinlich sowieso wieder nicht so weit, ne? Fernkampf ist also, äh, Freund, genau, Pirate Flausch. Ich, 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 ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir das eigentlich fast gar nicht brauchen, oder? Weil ich bezweifle, dass wir diese 100 Turns ins Spiel reinkommen. Würde ich jetzt momentan einfach mal annehmen. Deswegen, äh, mach ich das jetzt einfach mal alles mal aus. Ähm, Seestraßeaktivierung, Endphase-Szenarien aktivieren. Ja, komm, ich mach die einfach aus. Und dann würde ich aber mal sagen, wir starten. Das sind so Sachen, also diese, das ist eher für ein YouTube-Projekt, glaube ich, meistens interessant. Dass ich diese Endphasen-Szenarien irgendwie aktiviere. Genau, hey, sehr schön. Ah, sehr schön. Boom, mit dem Chemie-Zeichen, mit dem Science-Zeichen. Mit dem Erlenmeier-Kolben, so heißt das Ding. Mit dem grünen Geblubber drin. Hallöchen auch an, äh, Martz. Willkommen. Ah, was ist mit dem Game-Off-Event? Moment, ich muss mal grad hier mal gucken. Pirate Flausch. Ach, weißt du schon, wann es wieder ein Multiplay-Event bei, äh, Victorias und sowas gibt? Ähm, ja, ich weiß es schon. Und ich weiß grad eben bloß nicht, ob das schon offiziell angekündigt ist. Ich, äh, ich weiß, dass es eins geben wird. Und ich habe vor, dabei zu sein. Aber ich weiß noch nicht, wann das ist. Also ich weiß, wann es ist. Ich weiß noch nicht, ob ich schon sagen darf. Das ist momentan mein Problem. Hat Ecke schon geschrieben? Ja, dann, äh, könnt ihr ja das Datum teilen im Chat. So, also, wir haben zwei Rattling-Kanonen am Start. Wir haben einmal Dingschredder. Warte mal, wie gut ist denn der Dingschredder? Der Dingschredder bringt 26 Bonus gegen... Genau, 9. und 10. Juni. Und es wird Game of Federation sein. Passend zum Stellaris-Release. Ähm, Bonus gegen Infanterie. Also das ist echt gewaltig, dass er dabei ist. Dann haben wir hier, wie gesagt, zweimal Rattling. Wir haben zwei Skaven-Sklaven. Wir haben zwei Clan-Ratten ohne irgendwas. Und dann haben wir hier noch ein Yes-Ill-Team. So, dann haben wir nochmal einen Warlock-Techniker. Wobei ich behaupten möchte, dass wir vielleicht gar keinen Warlock-Techniker brauchen. Oh, der hat den Eisenkörper. Nice, nice. Äh, weil er ist ja auch schon einer. Ich werde nur überlegen, ob ich den Warlock-Techniker überhaupt brauche. Das ist so. Also im Sinne von, ähm, jetzt brauche ich. Ich glaube, jetzt brauche ich ihn noch nicht. Ich glaube, ich setze ihn tatsächlich als Agenten ein. Hallöchen, Ed is dead. Sehr schön, Bekrago. Freut mich. Als, äh, in dem Fall wahrscheinlich, äh, Beam-Me-Up-Kutscher oder sowas in der Art. Also, Attacke hier. Äh, ich möchte hier versuchen, den Schaden gering zu halten. Nee, nee, das ist in Ordnung, Marunga. Das ist in Ordnung. Klaro. Also, wenn ihr da als Kutscher fungieren wollt, beziehungsweise wenn Kutscher da sind, die aufgerufen wurden, hey, sucht Kutscher, dann fragt ruhig rum. Das dürft ihr gerne machen. Das ist kein Problem. Wie gesagt, also, Ecki und ich sind auch so, genauso wie Ranger und ich so sind. Genau, der diplomatische Dienst, richtig. Das Rad, das Rollding. Alles klar. Oh, warte mal. Ich, wenn ich ja meine Karten richtig ausspiele. Ihr seht, worauf was passiert ausläuft. Range. Raffling Gun. Ordentlich Range. So, dann nehmen wir noch die Jesser als hier hin. Die haben ja noch mehr Reichweite. Und das Dinggeschreddere geht da hin und du gehst dann noch da hin. Also gut. Wir gehen vor. Den Dinggeschreddere werden wir mal ein bisschen aggressiver einsetzen. Ihr wisst was, ihr bleibt hier. Ich habe das Gefühl, dass die Jesser-Teams ziemlich gut sind. Aber ich selten benutze in Warmer 3 bis jetzt. In Warmer 2 fände ich die eher so meh. Und so it begins. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ach ja, schade, wir hatten nur eine. Halle, ich bin echt hier aus. Ach, wisst ihr, manchmal muss man die kleinen Dinge im Leben einfach genießen. Oh, ich werde so Spaß haben mit diesen Dinggeschreddere, dass die Gegner einfach immer zusammenziehen und dann ist gut. Ah, schießt weiter, schießt weiter, schießt weiter. Sie alle wollen Warpstein. Sie kriegen Warpstein. In den Rücken. Die jetzt schon den Boden zu Glas machen, aber sicher. Tja, der ist weg. Und tschüss. So, das war mal ein schöner Einstieg. Mit 10 Verlusten. Das gilt bei den Skaven als 0. Nee, nee, es geht nicht um echte Kutscher bei Game-Off-Events. Es geht darum, dass du das Event quasi ehrenamtlich unterstützt und dafür sorgst, dass die Streamer sich auf das Stream konzentrieren können. Und quasi, wenn man da so Anfragen stellt, so ich würde gerne mit Ranger sprechen, dass man dann die Leute in den entsprechenden Channel verschiebt oder wenn man sagt, oder dass man dann hingeht und sagt, verehrter Ranger, Mörp möchte gerne mit euch parlieren. Hättet ihr vielleicht Zeit. So in der Art. Das geht noch besser. Das waren was... Die sind wahrscheinlich vor Lachen gestorben, Sarkaz. So, da war schon mal der erste Level ab. Ähm, ja, wir werden den Laden hier besetzen. Wir werden den Laden hier besetzen. Wir haben auch damit jetzt schon mal den ersten Hafen. Nubis, danke dir für den Resub im 12. Monat. Du hast das Jahr voll gemacht. Vielen lieben Dank. Und schön, dass du dabei bist. Genau, wir brauchen jetzt aber auch Nachrichten übermitteln, Verträge notieren und, und, und. Vor allem auch Geheimverträge und lauter so ein Krass. Ähm, ich würde... Warte mal, die Energierüstung gibt ihm physische Resistenz. Ähm, ich würde erstmal ganz gerne dann doch den Warp Blitz verbessern, weil ich glaube, das macht Sinn. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall nochmal nutzloses Rattenbevieche an der Stelle. In größerer Zahl. Skavenblight. Da haben wir jetzt schon die Möglichkeit, interessante Einheiten zu rekrutieren. Ähm, das hier bringt uns am Anfang jetzt hier Nahrungsforschungs, äh, Geschwindigkeit. Denn nochmal 5%, das sind ja 25% schon. Okay, krass. Hallöchen auch an Daniel von Königreich. Danke auch an dich. Halbes Jahr voll gemacht. Sechs Monate. Vielen lieben Dank. Und schönen guten Abend. So, und das können wir noch verbessern. Die 10% Forschungsrate, was dann insgesamt 30% Forschungsrate gibt, weil unsere Fraktion ja schon 20% hat. Noch mehr Geld. Äh, noch was? Das ist 8% Nahrung. Okay, das ist viel. Ähm, wir verbessern auf jeden Fall schon mal das da. Wir haben noch mehr besondere Gebäude, die wir hier in Skavenblight noch errichten können. Da kann zum Beispiel später die Ratskammer der 13 rein. Ähm, was ein sehr teures Teil ist. Vor allem die Kontrolle ist da interessant im Rang von den Kommandanten. Der Rest ist eher so nice, aber nicht geil. Der Turm des Ruinen. Okay, die Abkühlzeit nach Erweiterung des Tiefenreichs ist interessant. Der Rest ist auch eher so nice. Ähm, das hier brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir nicht. Das hier wollen wir nicht. Wir machen das dafür noch mehr Wachstum. Dann ist Skavenblight schon mal ein bisschen beschäftigt. Skavenblight bekommt auf jeden Fall hier vielleicht noch mehr Nahrung eventuell. Ähm, nee, wir machen Wachstum. Es soll wachsen. Was haben wir denn hier? Das hier sind unsere Riten. Wir könnten natürlich jetzt schon einen Ritus machen. Ähm, so blöd fände ich das auch gar nicht. Denn da würden wir das Wachstum jetzt hier gleich am Anfang eskalieren lassen. So, jetzt müssen wir gerade eben mal gucken. Ähm, es gab ja schon einen Wunsch, wie das Gerät heißen soll, ne? I see, I see. Äh, Anfragen verwalten. Was ist das? Die haben hier schon wieder was verändert. Okay, ich brauche meine Mods. Die haben schon wieder wie der Aktivitätssfeed funktioniert verändert. Ah, ja, ja. Jetzt, jetzt. Okay, ich hab's gefunden. Ah, so gut. Belohnungsanfragen. Ja, wisst ihr, die ändern, also Twitch ändert ständig das Layout vom Dashboard. Oh, weißt du nicht mehr, w-w-w-wo ist denn jetzt das Menü? Habe ich Interesse auch, gute Abend. Äh, Sin, äh, Jin Shin meint, es gibt eine Möglichkeit, Skavenblight in sieben Runden auf Stufe 5 zu machen. Kennst du diese Möglichkeit? Nein, die kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe Skavenblight wirklich seit Warmer 2 nicht mehr gespielt. Beziehungsweise, ich getclaw. Äh, aber lasst gerne mal wissen, wie das geht. Allerdings spiele ich ungern mit, äh, Exploits. Das ist so etwas, was ich nicht so cool finde. Ich exploite immer nur dann, wenn das Spiel mich dazu zweckt. Ähm, mal gucken. Also, die Hut-Anfragen haben wir alle durch, glaube ich. Dann, ah, genau, Moped. Einheit benennen Moped. Also, dann sind das ja die Moped. Das ist das Moped. Und dann haben wir noch weitere Einheitenanfragen. Die Radlingern, äh, TÜV geprüft. Genau, okay, das finde ich schön. TÜV geprüft. Äh, und noch, äh, die Blitz-Boys mit Chat, äh, mit Zett für das Jessal-Team. Äh, die Blitz-Boys. Gut, dann haben wir das auch. Hallöchen, auch Burak. Was? Moped? Soll das Moped heißen? Das kann ich mal gucken. Nee, nee, Dark Count hat Moped gemacht. Hat Moped gemacht. Aber Moped wäre auch möglich gewesen. So, das hier ist die verbotene Werkstatt. Hier können wir jede Menge Nahrung versenken, um Dinge zu verbessern. Hier zum Beispiel Geschwindigkeit für Todesräder zu, äh, machen. Reduktion der Nachladezeit. Rüstung für Todesräder. Geschossresistenz für die Todesräder. Nahkampfabwehr für Todesräder. Äh, aber das ist erstmal nur für die Todesräder, ne? Und dann, wenn wir das hier machen, schalten wir da unten neue Stufen der Kategorien frei. Waffenteams. Ewige Trommel für Radlingkanonen. Dauer fünf Sekunden füllt Munition auf. Ach, lol. Ernsthaft, das ist gleich das Erste. Dingschredders. Wir haben ja gleich einen Dingschredder. Und dann haben wir die Verdammnisrakete. Äh, Verdammnisraketen, äh, sind sehr, sehr teuer. Werde ich jetzt mal gerade eben machen. Dass wir schon mal eine haben. Wir müssen auch diese komischen Chemikalien hier, äh, haben. Und jetzt haben wir halt keine mehr. Für den Notfall möchte ich auf jeden Fall eine solche Verdammnisrakete haben. Warp-Treibstoff. Dieser, äh, verbotene Werkstatt wird von Warp-Treibstoff angetrieben. Blablabla. Kann ich doch diverseste Sachen bekommen durch Missionen, Werkstattverbesserungen und so weiter. Ich guck mal gerade eben, wie kann ich das nochmal machen. Ähm. Setzt in der Schlacht eine Verdammnisrakete ein. Das habe ich schon gemacht. Ähm. Schaltet eine weitere Verbesserung frei. Fünf Kanister Warp-Steintreibstoff. Okay. Doom comes from the sky. Warp-Treibstoff wird aus den verschiedensten flüssigen Stoffen hergestellt und kann nach Schlachtsiegen beim Durchsuchen von Ruinen oder durch Heldenaktionen gesammelt werden. Gut. Dann wissen wir das. Eine Siedlung soll benannt werden. Keine Rattenplage. Machen wir. Hallöchen Chris Aris. Rolling. Echter war noch ein Rolling. Entschuldigung. Ah, du hast recht. Du hast recht. Das Rad, das Rollding. Nee, 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 stimmt nicht. Das war direkt danach. Das war direkt danach. Ich sehe hier im Aktivitätsfeed, was zuerst war. Zuerst war von Dark Count Moped. Und es muss vielleicht eine Sekunde später oder so gewesen sein. Und dann kam das Rad, das Rollding. Aber keine Sorge, ich habe vor, noch ein weiteres von diesen Dingern mitzuholen. Hallöchen Parasakul. Tyrbion ist auch da. Du hast eine Frage. Zu dem Stat gerüstet. Haben Einheiten über ihre Rüstung hinaus einen krassen Wert und Punkte Verteidigung? Du meinst nicht gerüstet, sondern du meinst, dass die sich, warte mal, das können nicht alle Einheiten, dass die sich vorbereiten auf den Aufprall, meinst du, oder? Das ist, also wenn du das meinst, das ist so ein bisschen so ein kryptischer Wert, der negiert weitgehend, glaube ich, in gewisser Weise die Masse und den Aufprallschaden. Nee, gepanzert. Achso. Das. Das ist kein Wert. Das ist bla bla. Das ist einfach nur eine Notification. Alles, was wichtig ist, ist hier drin. Das ist ein Individuum. Nee, nicht alles. Ein paar Sachen fehlen. Zum Beispiel die Genauigkeit von Schützeneinheiten. Sollte hier drinstehen, tut es aber nicht. Obwohl CA gesagt hat, es sollte in Warmer 3 hier drinstehen. Aber das hier ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, für den Spieler als schnelle Übersicht, was kann das Ding. Das hat keine Bedeutung. Manchmal ist es auch einfach nicht wahr. Gepanzert heißt einfach nur, es hat eine hohe Rüstung. Rüstungsdurchdrehen heißt, und das ist wiederum dieses Zeichen hier, das ist Rüstungsdurchdrehen. Rüstungsdurchdringend ist, was man hier wiederum nachlesen kann. Das bedeutet das. Infanterieabwehr bedeutet in dem Fall einfach nur, dass es einen Anti-Infanterie-Bonus hat. Und der Anti-Infanterie-Bonus ist auch hier zu sehen. Und der ist sogar ziemlich hoch. Also das bedeutet das. Das ist einfach nur eine Kurzzusammenfassung da oben. Aber eine rein numerische Bedeutung haben diese Dinge da oben nicht. Aber das steht auch im Wert. Was genau, was steht im Wert? Test-Subjects. Hallöchen Reach. Schönen guten Tag. Grüß dich. Von der Ober-Tobaro und dann nach zwei Städten links von Tobaro. Die obersten Städte baust du so gut wie es geht mit Nahrungsproduktion aus. Und in Runde 6 reißt du alle Skavenblight ab. Damit du sie in Runde... Was? Ah! Ja, okay. Man könnte dann Skavenblight einfach abreißen und dann neu hochbauen. Ja gut, aber das kann man theoretisch ja mit... Also... Im Grunde ist es ja nicht mal wirklich ein Exploit. Es ist nicht mal wirklich ein Exploit. Das ist wohl wahr. Der Rüstungswert... Ja, aber der steht ja nicht hier dran. Also der Rüstungswert ist ja hier. Das heißt einfach nur gepanzert. Gepanzerte Einladen können Schaden von allen Quellen abwehren mit Ausnahme von Rüstungsdurchdrehenden Waffenschaden. Das ist die ganz normale Spielmechanik. Das ist nichts Besonderes. Das soll einfach nur bedeuten quasi für dich, ey, das Ding hat gute Rüstung. Und wie gesagt, 90, das ist der Mindestwert einer hohen Rüstung. Also das ist nicht mal eine hohe, hohe Rüstung. Das ist eine niedrige, hohe Rüstung. Das ist sozusagen der Übergangsbereich, wo man sagen kann, ab hier gilt es als hohe Rüstung. Es gibt ja auch Einheiten, die haben bis zu 140 Zwerge zum Beispiel. Ähm, also das hat keine echte Relevanz. Ähm, du gehst jetzt da hin. Und holst dir noch mehr Truppen. Ich würde sagen, kommen wir noch mal ein paar weitere Speer-Dudes. Ein paar normale Schleuderer. Äh, was können wir hier tun? Wir können eine Armee blockieren. Und haben das äußerst erfolgreich getan. Und dadurch habe ich jetzt gerade eben Warp-Treibstoff eingesammelt. Das ist schön. Das gefällt. Ach, deswegen ist der so wertvoll. Wegen dem Mobilitätssteiger. Hm. Und wegen dem Feuerdrill. Ja, okay, vielleicht skill ich ihn doch noch. Vielleicht kommt der doch noch in die Armee rein. Aus anderen Gründen. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt gehabt. Grausame Pläne, bitte, sollen es sein. Mehr lokale Rekrutierung. Und was sagt der schnelle Handel? Ja. Dass wir uns nicht dafür interessieren müssen. Denn es sind nur Orchse, die sich für uns interessieren. Hallöchen, Smile. Danke für den Prime Reset im zweiten. Willkommen. Äh, Shadow, das, was Hans Heinrich schreibt. Wenn du, äh, Gottrik und Felix bekommen wirst, hast du eine Chance auf sie. In der Regel dauert es nicht lange, bis sie kommen. Sobald du eine Taverne baust. Irgendetwas, was halt aussieht wie ein Gasthaus. Ach, meine Nase läuft. Keine Ahnung warum. So, der ist jetzt bis hier gelaufen. Und versucht jetzt, das hier gerade eben einzunehmen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Ähm. Ich warte mal kurz mal belagern. Dann Mobilität steigern. Und jetzt ist halt die große Preisfrage. Schaffen wir das? I don't see it. Eigentlich muss ich erst diese blöde Armee besiegen. Ach, shit. Hunger getrieben. Einkommensbeute nach der Schlacht als nächstes. Ich hab halt nur keine Waffen, die gegen die Mauern hier effizient sind. Das ist das, was mich aufregt. Also keine ballistischen Geschosse. Das reicht alles einfach nicht. Ich muss jetzt den hier gleich attackieren. Und das werde ich jetzt auch gleich tun. Jetzt, wo ich hier stehe. Ja, ja. Ich weiß, dass da noch andere Nachbarn sind. Noch ist ja alles in Ordnung. Ähm. mehr Kontrolle, mehr lokale, teuflische Pläne freischalten. Wir machen mal die Glocke. Wir machen mal das und wir machen das. Hä, wo ist denn der jetzt? Ach, der ist jetzt da oben. Nee, das ist ein anderer. Nee, das ist der. Der hat gerade eben seine Truppen verheizt. Ironhide, danke für deinen Prime Sub. Grüß dich. Willkommen. Wir haben gleich schon mal einen schönen Hinterhalt an der Stelle. Hauptsache XP. Und Nahrung. A Skaven Plan. Moment. Wollte gerade noch lesen. Lass doch mal die Skaven an die Mauer rennen. Wenn die Toten hoch genug gestapelt sind, kannst du drüber gehen. Ja, aber noch haben wir ja nicht genügend Skaven für solche Aktionen. Das ist ja das Problem. So. Die Value-Einheiten dahin, wo sie nicht beschossen werden. Als ob wir Value-Einheiten hätten. Naja, doch. Wir haben Waffenteams. Waffenteams. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. Ähm. Was ist mit der Unit hier? Hä? Ach, du gehörst dahin. Jetzt haben wir es endlich. Ich habe mich gerade schon gewundert. So, du stehst da. Du stehst da. Und du stehst da. Ja, dann ist es doch ein bisschen anders als ursprünglich geplant. Egal. Raus aus der Nummer. So. Ratatata möchte gerne Parasacool haben. Das können wir machen. Wir haben ja noch eine, äh, weitere Radling dann. Also wir werden jetzt hier keine Nukular-Rakete einsetzen, weil es aus meiner Sicht hier relativ wenig Sinn ergibt. Aber das hier könnte man theoretisch einsetzen. Naja, ich habe es nicht gemacht. Diese Messingkugel. Egal. Wir haben gewonnen. Das reicht. Ach, Chris, ganz im Ernst. Bei World of Tanks, ich habe jahrelang World of Tanks gespielt. Und ich meine wirklich jahrelang. Da würde ich mich nicht einfach belasten, dass mich da jemand dumm anmacht. Also ich sage es mal so, bei World of Tanks war es für mich immer so, wenn ich mal in einer Woche nicht dumm angemacht wurde, war es eine gute. Ist halt leider wirklich so. Wir holen uns hier wieder Nahrung an der Stelle. Bin gespannt, ob wir also sogar noch mal ein bisschen Warp-Döns bekommen, aber wahrscheinlich eher nicht. Wir haben eine reißende Klinge. Nice. Und leider keinen Level ab. Na gut, na gut, na gut. Also, ich würde sagen, wir können jetzt hier theoretisch die Belagerung von dem Ding hier dann an den Start gehen lassen. Sobald es halt geht. Das hier bauen wir auch mal schnell aus. Hier bauen wir aus. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Okay. Aber für mich wäre es auch tatsächlich so ein Grund, Chris, wenn ich feststelle, dass ich da vielleicht einen unglücklichen Namenswahl getroffen habe, eventuell eine Änderung vorzunehmen. Auch wenn es ärgerlich ist. Sei es einfach bloß quasi, um eine Diskussion auf Dauer aus dem Weg zu gehen. Ja, Darkest Master, das sind die guten Zeiten, weißt du, wenn man Glück hat. Ich bin echt am überlegen, ob ich den jetzt hier noch schnell wegholze. Einfach, weil ich es kann. Ach, guck mal, Alter, sind doch Tiermenschen versteckt. Die kann ich auch noch. Nebenbei helfen die mit. Großartig. Nochmal zwei Nahrungen. Nom, nom. Om, nom, 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 nom. I like this blood. I like this. Indeed. Versengen. Ne, wir machen erstmal den Warp Blitz hier voll fertig. Und er hier verbessert jetzt hier sofort erstmal den einheitlichen Feuer drin. So. Dann haben wir hier das jetzt auch noch weiter ausgebaut. Das ist ja leider jetzt auf Stufe 2. Das reicht ja noch nirgendwo hin. Hallöchen, Phil. Ich grüße dich. Schönen guten Tag. Habe ich schon Hallöchen zu DC gesagt? Hallöchen DC? Und jetzt müssen wir gleich irgendwie diese blöde Jane hier... Oh. Die werden hier gerade schon belagert. Hä? Das ist ja beinahe eine gute Idee jetzt hier eventuell. Äh. Hä? Was ist da gerade passiert? Die haben einen Ausfall gemacht, oder? Und haben verkackt, oder was? Oder wie? Oh. Okay. Okay. Ich könnte mir jetzt natürlich nochmal Ärger anlachen hier. Und ihnen jetzt hier ihren komischen Streitstein da streitig machen. Aber das ist jetzt hier... Ja, ja, Herr Tag, du hast es gesagt. Du hast es gesagt. Ich bin bloß am überlegen, ob ich diese Situation jetzt ausnutzen will. Und die Tiermenschen direkt attackieren möchte. Aber ich glaube, die sind momentan zu stark. Aber ganz im Ernst, ich akzeptiere die Ausgangslage. Und ziehe mich zurück. Der macht das schon. Der macht das schon. I see no problems in this. Nee, ich habe wahrscheinlich nicht genügend Männer, Vekragor. Ich befürchte, ich habe nicht genügend Männer dafür. Aber ich bekämpfe Tiermenschen relativ gerne, sobald ich halt eine Fullstack-Armee habe. Und dann können wir hier vielleicht zuschlagen. Also ich muss jetzt nochmal nach Skavenblight. Miraliano wurde übrigens von den Untoten überrannt. Okay. Muss ich wohl auch akzeptieren. Das ging schnell. Sag mal, was ist denn hier los? The baddies are winning. So wie es aussieht. So, wir brauchen mehr Einheiten. Und vielleicht auch ein paar Einheiten, die ein bisschen was können. Ist nur so eine Idee. So, nee, warte mal. Oder will ich Clanraten? Nee, ich mache schon mit Schilden. Mit Schilden finde ich immer besser. Und dann nehme ich noch normale Clanraten mit Schilden. Und dann werde ich später, da wo jetzt Skavensklaven sind, eventuell die Kriegsmaschinen reinnehmen, sobald das geht. Teuflische Pläne macht unterhalb des Schildenssklaven niedriger. Das ist nicht das, was ich will. Ich will mehr Nahrung generieren. Und danach mehr Verlustversteigerungsrate machen. So, und jetzt kommen wir endlich auf die Ebene, wo wir dann endlich Waffenteams haben können. Ja, du sorgst ja auch nochmal für ein bisschen Wachstum. Ich habe nicht genug Ratten, MJ. Ganz genau. Puratol meint nix mit Baddies. Die sind nicht böse. Die haben halt echt nur schlechtes Marketing. Erzähl mir nicht, dass die nicht die Baddies sind. Wow. Guck mal, da ist sie schon. Trollinchen macht Ärger. Ey, die hat echt Bock. Ich bin froh, dass ich die Seite gewechselt habe. Ganz im Ernst. Die kommt jetzt hier angerollt. Also, dass ich jetzt hier rüber gewandert bin. Einheit Masse statt Klasse. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Masse statt Klasse. Dann haben wir noch... Die Hauptstadt bitte in Berlin umnennen. Okay. Berlin. Also, das ist Berlin. Keine Rattenplage ist das dann hier. Dann haben wir noch die Ratatata für die zweite Ratlingkanone. Ratatata. Korateralschaden für eine Nahkampfeinheit. Nehmen wir die da. Korateralschaden und dann... Eine Einheit Pestilenz für irgendetwas. Komm, dann nehme ich die Yes-Size. Weil die... Oder? Wollen wir uns das aufheben für Giftwindkrieger? Pest-Sven? Nur so als Vorschlag zur Güte. Weil die werden wir irgendwann ja auch haben. Wie ich möchte. Okay. Also, es ist nur so ein Vorschlag. Weil bei den Skaven weiß man nie so hundertprozentig, ob ich die behalte. Ähm... Okay. Also, du gehst jetzt hier erstmal fröhlich in Löhinterhalt. Dann holen wir uns an den weiteren General ran. Ich würde jetzt hier einen... Keinen Warlock-Meister, sondern einfach nur einen dämlichen Kriegsherrn nehmen, der vielleicht stark ist. Oder ne, wir nehmen einen heimtückischen. Und der heimtückische, der macht... Also, das machen wir jetzt typisch heimtückisch. Wir machen jetzt einfach eine ganz dämliche Crab-Armee. Um die Masse aufzubauen. Oh, come on. Hm... Machen wir immer etwas mehr machen. Wachstum noch mehr generieren. Das ist mein... Ne, warte mal. Ich brauche die Plus-Verstärkungsrate. Wir brauchen erstmal die Plus-Verstärkungsrate. Dann lassen wir das jetzt hier mal gerade eben noch so sein, um ein bisschen Geld zu sparen. Die Yeshals haben schon einen Namen, genau. Eine Einheit noch Red Shirts und eine Einheit noch Rattenzahler. Ah, da sind wir jetzt wieder bei meinem Nagus-Ratzinger, ne, bei Age of Wonders. Mit diesen ganzen Bordspielen. Aber auf der anderen Seite sage ich jetzt mal, ne, die kommen ja auch schon von den Skaven. Ein Bordspielchen. Ja, untotes Fleisch, äh, Jin-Shin ist auf jeden Fall auch für uns Skaven absolut verwertbar. Da haben wir kein Problem. Also gut, dann nehmen wir jetzt hier diese Clan-Ratten und die heißen jetzt hier... Das sind die Red Shirts. Dann haben wir diese Einheit hier. Das ist die Rattenzahlung. Rattenzahlung. Eine weitere Siedlung brauche ich erstmal noch, Loki. Wir haben noch nicht genügend. Ah, du willst Red Shirts. Oh, das ist sogar noch besser. Dann Red Shirts. Oh, ist das gut. Ich liebe diesen Gag jetzt schon. Äh, wo hat die ihre Hauptarmee hingeparkt? Und warum wurde ich enttarnt? Dinge, die mir nicht gefallen wollen. Zwei Turns hier noch. Warum sehe ich die nicht? Voll doof. Na dann halt nicht. Der Held soll Beratter heißen. Oh, da kommt der Heldenname von Hibiko. Äh, nur mit einem... Ach so, Red Shirts. Ah, okay, machen wir auch Red Shirts. Das sind alles unbenannte Spacken. Ey, ganz im Ernst. Das Spiel kann mir nicht erzählen, dass ich hier solche Verluste erleide. Das kann das Spiel mir nicht erzählen. Das kann's mir nicht erzählen. Erzähl die Story dem Pferd, aber noch nicht mir. Also das ist ja fragwürdig. Das liegt an der Verlustratte. Ja, genau. Von denen haben wir leider sehr viele, Dark is Master. Die Verlustratte ist hier definitiv hochgestapelt. Aber das Pferd steht auf dem Flur. Ja, verdammt. Wisst ihr, das Schöne ist halt auch, ich habe halt immer noch eine Nukularrakete. Und hier oben auf dem Highground müsste ich sie eigentlich ohne Probleme abwehren können. Also, ich erzähle denen hier mal die Story vom Pferd, dass sie hier die Nummer 1 wären. Dann kommt dahinter etwas, was manche Leute als Value bezahlen. bezeichnen würden. Aber es nicht so ist. So, zack, zack. Und dann kommt ihr noch dahin. Und noch ein paar Schleuderer dahin. Du da. Du da. Und das Dinggeschreddere, das wird gleich ein bisschen Stress machen. Eine Minute 40 oder sowas in der Art haben wir hier. Oh. Oh. FIGHT! 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 ATTACK! Ich würde behaupten, das war schon mal kein schlechter Treffer. Nein! Ach, come on! Ich hasse es, wenn ich mich verklicke. Hallöchen Alphanoop! Flüss dich! Jetzt sind sie endlich da. Dann kommt mal hoch. Ja, die Räder sind hier. Gut. So. Hi, Templeton Pack! Radaradadadadadadadadada Na, die haben sich gerade gesammelt. Das ist nicht so cool. Na toll, die fliehen. Ach, ja. Da kommt's raus. Da fallen mein Rücken. Die haben sich auch wieder gesammelt. Ist halt frech von ihr, ne? Direkt am Anfang gleich den Krieger klären. So werden wir keine Freunde, Aranessa. Nein, nein. Der muss man das echt nochmal erklären. Hab ich so den Eindruck. Ich find meine Dingschredders nicht. Da sind sie. Duym, Flora. Die, die, die! Die, die, die! Die, die, der spawnete! Die, die! Die, die! Die! Now, let's arriv' und lo! sucker 야 ja! unlikely Cuz Wo ist man was sehen, ey? Wo kann ich denn hier was treffen? Da. Wo haben wir denn unsere Hellebarden-Dudes? Komm, kümmert euch mal um Aranesa. Ich glaube, die braucht das dringend. Die braucht eine persönliche Betreuung. Von Leuten, die sich mit ihrem Fall auskennen. Hi, Quimeral. Xinjin meint, ich spiele Total War War privat das erste Mal mit Skaven. Und habe einen Kriegsherren mit über 800 Schaden im Nahkampf. Von 70 plus würdest du sagen, das sind gute Werte. Beziehungsweise welches Volk hat deiner Meinung nach die stärksten Helden? Das kommt drauf an. Also wenn du natürlich auf Schaden gehst. Also da bist du bei Korn auf jeden Fall ganz gut dabei. Generell, ähm, oh Gott, sind so viele Fraktionen. Also wenn du jetzt wirklich nur auf Nahkampf setzt. Das ist ja was anderes, als wenn man sagen würde, ähm, ich setze jetzt hier, keine Ahnung, äh, auf starke Magiehelden. Bei Magiehelden würde ich klaren, zum Beispiel auch Master Mundi ganz stark einschätzen. Oder auch einen, äh, natürlich einen Teglis. Ähm, da gibt es so viele tatsächlich. Also, ich denke, Tyrion ist einer der stärksten Helden. Der Weiße Zwerg ist einer der stärksten Nahkampfhelden. In der Defensive stehen, äh, sowohl ein Torik Eisenstirn als auch ein Torik Grollbringer. Auch ganz weit vorne dabei. Ein, äh, Tau, äh, Taurox ist mega stark, was den Schaden angeht. Wenn du halt von normalen Helden ausgehst, dann hängt es halt auch immer davon ab, was für Items du hast. Aber das habe ich nicht alles auswendig im Kopf, welcher Held, wie viel, äh, Potenzial hat. Malekid. Ja, Malekid ist aber ein interessanter Hybrid. Im Grunde eigentlich vergleichbar mit einem Teglis. So, Aranesa. Hat sich das gelohnt? Ich würde mal sagen, nein. Und ich habe nicht den Eindruck, dass ich wirklich Units verloren habe. Und dabei hat sie so ziemlich alles verloren. Ihren ganzen geilen Anfangskram. Naja, immerhin haben wir jetzt schon mal eine Stoßrichtung. Es geht in Total Warhammer nicht nur um Schaden. Richtig, äh, gerade die Crowd-Control-Sachen sind, oder auch die Moralisierungseffekte sind enorm brutal. Also ich würde zum Beispiel einen Malagor des Dunkle Omen, äh, das war, glaube ich, der Fliegende, ne, von den Tiermenschen, äh, durch seine ganzen, äh, stackbaren Moral-Reduzierungsfähigkeiten auch als enorm potent einschätzen. Enorm potent. So, jetzt werden wir mal ein bisschen Druck ausüben, mal auf Miragliano. Die Orks, was Nachkampf angeht, sind auch, äh, Nervigkeit angeht, sind als Gegner, meinst du? Ja, definitiv. Also, ein Grimgorg hat natürlich auch ein enormes Nachkampfpotenzial und kann, äh, insbesondere auch mit einigen Helden, glaube ich, schon ganz, ganz, ganz gut Kampfwerte erreichen. So, du machst jetzt hier erstmal den Marschierer, damit die schnell sind. An den würde ich sogar rankommen, das wäre witzig. Ich, aber erstmal müssen wir skillen. Hier sind nämlich schon mal direkt zwei Level-Ups am Start. Ich nehme auch hier den Marschierer, damit ich weiter vorankomme. Ähm, und... Heulender Warp-Sturm kann sich nicht bewegen. Finde ich auch eine der wichtigsten Fähigkeiten in unserem Zusammenhang hier. Dann steigern wir hier nochmal die Mobilität. Waffenhändler, Einkommen aus Handelszönen, Munition. Triangulierung, noch mehr Geschossstärke. Ne, ich mache den Warp-Blitz auch bei ihm nochmal günstiger. So, oder jetzt... Behauptet das Spiel, dass wir das jetzt hier nicht gewinnen können. Das will ich gesehen haben. Namen Klausek. Hallo, ich bin auch ein Mansus. Und Will Café ist auch da. Und hatte ich noch einen Genax. Guten Abend. Also, ganz im Ernst, was auch immer. Ich muss auch gleich wieder Namen natürlich vergeben, ne. Aber wir räumen jetzt erstmal hier ein bisschen auf. Wir räumen jetzt hier kurz mal auf. Wir haben den High Ground. I like this. Ich werde euch jetzt hier sogar als Nummer 1 deklarieren. Dann mache ich die eine Hälfte von euch, euch auf diese Seite. Die andere Hälfte von euch auf diese Seite. Und euch auf die andere Seite. Na, komm her, Moped. Ich werde euch auf die nächste Seite. Okay. Das wäre GCIL. Das wäre loser. Ja. aber der musste für sauna ran es 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Aber es ist okay, dass die jetzt kommen. Da kommt die Hunde. Oh ne. 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 Na und ein Föhnchen. Hatte ich noch ein Toilettenhausen. Thorsten. Oh ne. 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 ach ja genau uratul dieselbe schuld die hat angefangen sich auch schon sie müssen in der vollen reichweite unsere waffensysteme liegen und das passiert jetzt so langsam aber sicher und Das war's für heute. Das war's für heute. Viele Munition haben wir nicht mehr und die sind leer. Die sind leer. Die ist auch leer, okay. Du kannst noch so ein bisschen reinhalten hier. Das war's für heute. Ein wunderbar hier so durchgeschossen, ey. Ich liebe es. Ach ja, Hallöchen Marc, grüß dich. Wir haben sie weggeräumt. Und ich finde, es war sehr, sehr viel leichter, als das Spiel das eingeschätzt hat. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel jetzt hier echt gedacht hat, okay, wir werden jetzt wohl warten, bis die alle höflich auf dem Schlachtfeld angekommen sind. Dann wäre das sicherlich ein Problem gewesen, aber doch nicht so. Oh ja, definitiv Zauberer. Warbblitz ist an der besten Zauber im Spiel. Also was Schaden angeht. Das ist so krass brutal. Du willst halt einfach, also man könnte so sagen, man merkt den Skarven ihre Kenntnisse zum Thema Bekämpfung von Massen an. Ja, und hier bekomme ich jetzt halt kurz mal ein bisschen Damage, was jetzt ist. Aber nächste Runde wird uns jetzt hoffentlich nicht treffen. Oder warte mal, möchte ich eigentlich... Ah, diktatorisch, verderblich. Alles nicht so toll. Ich will auf jeden Fall noch mal hier die uralte List erhöhen. Schon mal für einen Punkt. Und den anderen machen wir noch den Warp. Den neuen Warp-Sturm ready. Ach nee, warte mal, der bringt mir ja gar nichts. Ist der nur gegen Flieger? Ach, der betrifft ja nur fliegende Einheiten. Oh, ich vergaß. Ich habe das völlig falsch eingesetzt. Ich habe das völlig falsch eingesetzt. Ähm... Nochmal ein paar kämpfende Units. Hallöchen, Montravan. Zu lange nicht nur mit Skarven gespielt. Jetzt kannst du ja das triangulieren lernen. Einzigartige Warlock-Tanker. Einziger Seuchenpriester. Nee, das brauche ich alles nicht. I don't need that. Ich bin ehrlich gesagt am überlegen, ob ich diesen Trick jetzt schon anwenden soll. Weil wir haben, glaube ich, genügend Nahrung, um das Ding einfach jetzt hier kurz mal hoch zu pushen. Dann würde ich das hier kurz mal abbrechen. Ich will das gerade mal testen, Leute. Weg, 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 weg. Weg. Wir testen das. Hey Evangel, grüß dich. Danke für den Primes-Up. Ein Dissistellaris-Wars? Was ist ein Dissistellaris-Wars? Sag mal, wo haben die denn eigentlich immer all diese Leute her? Es ist doch langsam aber sicher lächerlich, wie viele Soldaten die hat. Ja, ja, du kriegst die Kohle, bevor du mir auch noch den Krieg erklärst. Du altes, dunkles Romendu. Es ist egal, dann gehe ich auf Level 140, Sintin. Also, das spart mir auf jeden Fall einiges. Warum soll ich in Berlin 45... Ach so, sollte das Berlin 45 heißen? Euch wurde eine Aufgabe erteilt, mächtiger Fürst. Ein großes Abenteuer wartet. Doch seid auf der Hut. Kann man das gerade mal einer der Mods sagen, ob das so geplant war? Doch so auch die Gefahr. Ach so, nein. Ach so, das ist ein Witz. Okay, Entschuldigung. Ich dachte, das hätte ich übersehen gehabt. Okay. Also, jetzt geht es erstmal hier wieder her. Hä? Warum geht das nicht? Guck mal, das geht nicht mehr. Wir haben die gesamte Nahrung verloren. Hä? Seht ihr das? Das geht nicht. Die haben das gefixt. Das geht nicht. Der Button ist ausgegraut. Ja, dann laden wir. Dann wissen wir jetzt, dass das nicht mehr funktioniert. Nein, Cyberjack, ich hab die Nahrung. Ich hab die Nahrung. Ich hab 110 Nahrung. Der Punkt ist, der Button ist ausgegraut, ohne nähere Begründung. Seht ihr? Das funktioniert nicht mehr. Ich weiß nicht mal, ob es ein Bug ist, oder ob es, äh, jetzt ein, ob es jetzt eine Sperrung ist. Aber jetzt haben wir es ausprobiert. Wir wissen, der Exploit funktioniert nicht mehr. Er funktioniert nicht mehr. Vielleicht liegt es auch in den Tiermenschen. Ihr habt recht, vielleicht liegt es auch in den Tiermenschen, dass es eventuell in ihrem, äh, Einflussbereich liegt. Das kann natürlich sein, der Herdenstein. Ihr habt recht, das kann es auch sein. Aber ihr seht, also es ist wirklich so, wenn man die Tiermenschen nicht wegmacht, dann hat man, äh, da wahrscheinlich große Probleme. Aber dann werden wir einfach weitermachen, wie bisher, und werden das Ding weiter ausbauen. Das war jetzt mal ein Test. Also es ist nicht so einfach. Man muss wirklich sich um diese Tiermenschen kümmern. Und solange der Herdenstein da ist, funktioniert das nicht. Haben wir also wieder was gelernt? Also, wie gesagt, das hier lassen wir jetzt hier. Ach, jetzt habe ich das dummerweise schon abgebrochen gehabt, oder was? War doch schon fast fertig. Du gehst da hin jetzt, so. Rekrutieren wir halt keine Units. Tiermenschen als Nachbarn haben ist auch eine Art Fix. Das ist wohl wahr. Dieses Mal haben sie es nicht gemacht, jetzt wo der hier in der Nähe ist. Also sie werden jetzt Miragliano gleich verlieren gegen uns. Es wäre halt nur cool, Leute, wenn das Spiel halt einem mit einem gewissen Tooltip darauf hinweisen würde. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich verstehe jeden, der da in irgendein Forum rennt und wütend schreit, was ist denn das für ein Scheißback? Da sollte dranstehen, ein Tiermenschenherdenstein verhindert die Besiedlung. Das wäre das Mindeste in meinen Augen, dass da irgendwas in der Art und Weise dransteht. Ja, wir übernehmen das Ding einfach auf Stufe 1. Hi, Black Rift. Sarkas hatte genau dasselbe Problem. Ja. Wie gesagt, ich verstehe da jeden, der sich dann wundert. Weil das Problem ist halt, dass man da jetzt nicht automatisch, man sieht ja halt auch den Einflussbereich von den Dingern nicht. Also wenn du nicht wirklich weißt, dass dieser Einflussbereich wahrscheinlich von hier bis hier geht, bin mir nicht mal sicher, ob es sogar noch Carcassonne nicht sogar noch betrifft, dann, ja, hast du wenig Chancen, das vorher zu sehen. So, wir triangulieren hier noch mehr. Wow, der kann sich nicht noch weiter ranbewegen. Witzig. Das hier überspringen wir gerade eben nochmal. Das ist ein viereckiges Symbol neben der Stadt. Lol. Was war denn das? Ach. Ey, ohne Witz, MJ. Das sind solche Sachen, die regen mich in dem Spiel auf. In manchen Fraktionen, also ungefähr gefühlt bei der Hälfte der Fraktionen, kannst du in der Marschstellung, kannst du in der Lagerstellung laufen, in der anderen Hälfte kannst du es nicht. Und das Schlimme ist, dass du es nicht einmal vom Tooltip ableiten kannst. Du kannst es teilweise nicht ableiten, weil bei manchen steht auch genau das gleiche dran, Kampagnenbewegungen während der Rekrutierung deaktiviert. Aber wie gesagt, also, also, es ist ja, nee, warte mal, nee, stimmt gar nicht. Ich hatte doch, nee, der kann sich bewegen, der hatte bloß keine Bewegung mehr. Der hatte irgendwie diesen kleinen Schritt gemacht und das hat schon gereicht, dass er sich nicht bewegen konnte. Ja, du hast recht, dieses kleine Symbol hier, Blutgrund. Naja, dieses Symbol ist es. Aber war das gerade eben auch zu sehen? Äh, gut, wahrscheinlich war es zu sehen. Aber das musst du halt auch erstmal wahrnehmen. Und darin bin ich nicht gut. Ich bin nicht gut darin, solche Kleinigkeiten zu sehen. In dem Moment wundere ich mich erst mal so, hä? Warum? So, noch mehr uralte Liste. Nee, komm mal, wir machen jetzt einen besseren Kämpfer. Hatamoto, Dankeschön für den V-Sub im zehnten. Es ist aber auch ein relativ kleines, ne? Das Spiel hat halt inzwischen auch schon eine Größe, bei der ich einfach sagen würde, dass es schwer geworden ist, alles im Auge zu behalten. Na, guck mal raus hier. Und dann werden wir jetzt uns die ja dann noch holen, sobald es geht. Der kann weiterhin nochmal ein paar Skavensklaven rekrutieren. Das haben wir die Verlustversteigungsrate, das ist schon mal nicht schlecht. Nahkampfabwehr für Skavensklaven und sie günstiger machen, das ist auch nicht schlecht. Wir haben so viel Geld, ey. Jetzt baue ich das Ding ja doch mal aus. Wir sehen wie Erfolgschauce von Heldenaktion, Erfolgschauce von Feindlichen Helden. Reduziert Armeefähigkeit, Clan sein von Skyr. Zauberresistenz, oh, das sorgt dafür, dass ich halt mega fett Schaden durch die Blitze bekommen. Ich würde mal sagen, wir machen das an. Wir könnten gleich eine ordentliche Schlacht erleben. Hallöchen, Nerle, guten Abend. Aber es gibt tatsächlich noch Fraktionen, bei denen man in Lagerstellungen nicht laufen kann. Die gibt es. Und ich bin jedes Mal irritiert, weil es einfach, dann sollen sie halt ein komplett anderes Symbol dafür wählen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich habe inzwischen so ein bisschen das Gefühl, dass phasenweise CA selber so ein bisschen den Überblick verloren hatte. Nagersaki. Oh, das kriegen wir auch hin. Aber warte mal. Wir haben noch andere Namen. Ist jetzt gerade eben mal Zauberer, kannst du mir gerade eben mal kurz mal die Liste der Namen, die gewünscht sind, irgendwie mal kommunizieren? Ich würde mich sehr freuen, weil ich habe keine Übersicht mehr. Also, du gehst erst mal da hin. Dass wir das natürlich alleine nicht schaffen, steht in Frage. Das sind 15 Stück. Ja, dann baller mal los. Baller mal los. Weil ich habe keine Chance, das ist ja alles abzuarbeiten. Also, wir haben auf jeden Fall nochmal Red Shirts. Ne, das hatten wir schon. Die Red Shirts wurden schon mit. Rattenzahlung haben wir schon. Rattmandu für eine Siedlung. Das war, glaube ich, das Nächste. Also, das hier wäre dann Rattmandu statt Kathmandu. Rattmandu. Beratter für den Helden. Genau. Beratter? Wir sind ja schon weitgehend auf dem neuesten Stand. Zauberer. Wir sind weitgehend auf dem neuesten Stand. Da fehlt eigentlich nur von Pest, wenn noch Pestilenz und Ratmandu. Den Rest haben wir alles schon, glaube ich. Oder weitgehend. Ey, warum behauptet das Spiel, dass das hier so heftig wird? Komisch nicht drauf klar, ey. Ich sag's euch. Na, abends Skyhunter. Also, wie gesagt, die meisten habe ich, glaube ich, schon gemacht. Wir haben die beiden Rattlingkanonen. Wir haben das Yessal-Team benannt. Wir haben das Moped benannt. Ein zweites Moped fehlt noch. Das weiß ich noch. Also ein zweites. Ich weiß bloß nicht, wie das noch geheißen hat. Irgendwas mit Rollt oder sowas. Ja, Skarven und Autoberechnungen sind definitiv keine Freunde. Das ist leider wahr. Okay. Euch muss ich hier gleich radikal vorschicken. Das Dingeschreddere wird auch gleich hier wieder Dinge schreddern. Kurz Pause. Also, ihr rückt jetzt. Hallo? Ich wollte doch. Hallo? Oh, ich möchte alt. Er reagiert nicht. Ich kriege die nicht gefasst. Jetzt habe ich sie gefasst gekriegt. Sag mal. Also, ihr geht dahin. Und ihr geht da dahinter. Du gehst dahin. Du da. Und du da. Und jetzt gucken wir mal. Der Beschuss hat begonnen. Geht, geh, geh, geh. Hornwrap, geh. Gut, gut, master. Jetzt move. Dann leap. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hasse meine Schwäche Okay So, die kommen jetzt auch hier ran Ey, ohne Witz Hier schlägt gerade eben meine Behinderung zu Ich sehe nicht, wie hoch der Boden ist Das ist so scheiße Ich hab gedacht, die könnten schießen, sie konnten es nicht Das nervt Das nervt sogar sehr Ach ja Ja Och, come on ey Die drücken halt überall durch Ich habe doch anderes Befehle gegeben gehabt Die sind irgendwie nicht mehr da Ja, soll mir recht sein Halt, Moment Habt ihr jetzt gebunden irgendwie Würde halt Sinn machen, da rein zu casten jetzt, ne Was für ein Chaos hier Ja 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 Ciao Ja 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 Wir Also was mich nervt, dass hier einfach alles die ganze Zeit immer nur flieht. Das stört mich gerade enorm. Was sind das überhaupt alles für Einheiten, die ganze Zeit hier meinen fliehen zu müssen? Ey, ich habe komplett die Übersicht verloren. Holy shit. Also das sind Schleuderer. Genau, stellt euch mal auf. Ihr seid Nahkämpfer. Die warf ich direkt wieder vor. Du drehst dich um und schießt. Du greifst hier an. Du hier. Du auch hier. Und ihr beide greift hier mit an. Ey, überall wo ich immer denke gerade eben, wow, das haben wir jetzt gleich im Griff, ne? Dann eskaliert es wieder völlig. In der nächsten Sekunde sind sie alle wieder weggerannt. Natürlich haben die sie hier gestellt. So. Was für ein Kuddelmuddel. So, die Dingschredder können wir auch hier mal ranholen und noch mal was machen lassen. Das ist wie Wasserschaufeln bei einem sinkenden Schiff hier. Oh, der fliegt auch gleich. Vielleicht. Ich bin klar. Stärkert, gå! Stärkert, gå! Stärkert, gå! Und wieder ran. Und ihr Auge wieder ran. Schon wieder den Akkampf verloren. Kommst du nicht drauf? Klar, eh. Mach's mal da, drauf komm. Ja, das Ding Schredder ist halt auch nur noch einer, ne? Also das waren gerade eben noch ein paar mehr. Oh, wow. Ich will den Dingschredder halt nicht verlieren, wenn ich es vermeiden kann. Da rennt schon wieder so die ganze Konga weg. Okay, der Amilos scheint endlich mal rein zu kicken bei ihnen. Eieieieiei. Du verfolgst die einfach. Du gehst dahin, du gehst dahin, du schießt auf die. Es ist noch nicht wirklich der Amilos. Ja, 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 ja. so sind jetzt endlich fertig diesen endlich fertig wahnsinn und schießt noch mal kommt na also und jetzt zerlegt den auch endlich war also diese einheiten sind schon lästig keine ahnung hocker keine ahnung die haben jetzt halt mal vier angekündigt das hängt natürlich vom erfolg des spiels ab und von den dlc ist wie immer aber so wie es aussieht ist ja war das ein sehr erfolgreicher lounge von age of wonders 4 also wahrscheinlich wird es mehr geben aber nur halt wahrscheinlich wenn die dlc entsprechend auch gut gehen also schwer zu sagen ich weiß es nicht dass so weit lehnt sich ja normalerweise eine spielefirma nur selten aus dem fenster und zu sagen quasi ja ja wir machen ja noch mehr und mehr und mehr und mehr also das kann niemand sagen momentan so habt ihr jetzt endlich genug aufs maul bekommen langsam wird es lästig was ihr hier treibt ja wir holen noch mal ein paar skaven sklaven kommen gut ich gebe ihm jetzt mal den klingen meister und die haben auch level ups rollding genau kurateralschaden haben wir schon genau pestilenz rattenzahlung haben wir schon war plan war verfolge war haben wir noch nicht den berater haben wir schon keine rattenplage haben wir schon bahnhof zu hammer noch nicht kannst du vielleicht in der liste kurz aktualisieren moschus der angst oder das ist ziemlich nah ist jetzt mal zaubern todes raserei ist auch mega nice das nehmen und das können wir aber an 10 machen kontinente was für kontinente willst du in warmer 3 noch hinzufügen ich könnte mir subkontinente vorstellen aber kontinente klingt nach viel so jetzt haben wir endlich diesen ärger mit diesen blöden unten lol wisst ihr ich bin da vielleicht einfach ein bisschen komisch aber alleine weil ich beleidigt bin ey ich hab dir doch geld bezahlt du komischer fisch der moment eh als der anti player bias wieder voll rein kickt soll ich euch mal was sagen ich wette hätte ich den den friedensvertrag angenommen hätten die mir nicht den krieg erklärt alles klar alles klar also wenn die werte angepasst haben dann ist es ihr nur so eine leichte näherungslösung gewesen das kann sich hier gerade eben erstmal ein bisschen zurückgehen und entspannen jetzt gehört uns endlich das da und das heißt ich kann jetzt auch so was wie warplumba verraten und jetzt als demnächst rekrutieren brauche ich eigentlich ja gut für die 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 giftwindkriege brauche ich das dinge trotzdem wir brauchen auch das hier ich will die verteidigung noch verbessern noch mehr wachstum noch mehr öffentliche ordnung mehr von allem so warte mal und jetzt war ja noch die sache mit den namen der siedlungen bahnhof zoo wird das jetzt hier ich weiß zwar nicht woher das kommt aber okay nagersaki machen wir zu dem hier nagersaki radmandu ja komm ich baue das hier aus das hier wird repariert jetzt haben wir endlich level 10 energie überladung abkühlzeit für zauber reduzieren her damit die gute verteidigung von der siedlung überschaubar man kann es als überschaubar bezeichnen gibt es ja nicht irgendwie einen weg mal mit jemandem ne also sie will dringend frieden aber den kriegt sie nicht so jetzt wird es mal zeit dass wir mal wieder hier ein paar sachen basteln wachenteams schaden durch rüstungsdringliche geschosse oder wir wollen die verdammnisraketen verbessern wir haben halt gerade keine ne chance dass die winde der magie durch den wandel stärker werden erhöhte lagerkapiteln verdammnisraketen schaden wir mal was eine rückgewinnung von überhaupt treibstoff nach einsatz einer verdammnisrakete in der schlacht das klingt gut verlust verstärkungsrate nach einsatz einer verdammnisrakete verdammnisrakete verursachen zusätzlichen schaden über zeit noch mehr schaden chance von 25 prozent bei einer zusätzlichen verdammnisrakete in der verbotenen werkschaft oh das sollte man auf jeden fall als allererstes nehmen würde ich sagen und ja wir haben es in dem fall keine weitere bekommen aber egal hauptsache wir haben wieder eine verdammnisrakete hei erich nur noch drei offen genau das rollding ist noch offen den korateralschaden wie gesagt haben wir achso ja rollding genau und warp flammenwerfer und ein held noch radikari äh wobei wir grad keinen helden haben wir haben noch einen kommandanten offen den man benennen kann der wäre benennbar radikal aber das ist kein held das ist ein kommandant das sind zwei verschiedene sachen also ganz im ernst was man hier halt alles selber spielen muss ne ist der wahnsinn es ist der wahnsinn was man hier alle selber spielen muss ah radikal ok jetzt haben wir dann halt zwei radikals ok nachher die angstratte die angstratte die stehen da halt voll geil hä jetzt macht das sinn hallo ich in solostius und natürlich noch draco saal dann fang mal an zu schießen warum schießt ihr nicht ihr blöde jahne schon wieder die perfekte ort von der rakete hier gerade eben wenn sie ernst und schon waren ein paar probleme weniger am start die bomber müssen weg hier ja die rakete hat gesessen die sich auch so wenn du einfach alle einheiten des gegens so richtig schon an einem ort versammeln kannst wie gerade eben ist das einfach nur schön ja das liegt daran ja das liegt daran wo wir kämpfen mit dem schussfeld das ist so block weil die ratten halt häufig nicht so den balinden schuss schuss haben und halt auch sehr ungeschickte größe haben manchmal manchmal jetzt verliert er so ein bisschen den mumm hier denkt doch nicht dass sie mit nach hause laufen dürft ihr so rein aus prinzip nö rein aus prinzip heldenhafter sieg mit skaven sklaven das waren tatsächlich über 1200 habe ich hart unterschätzt ja gut die hatten schon 23 value einheiten ja schon drei value einheiten deswegen wurden die so hoch gewertet aber das ist vorbei bumm so viel dazu wir kommen schon jade schneller dann haben wir moment ich die nahrung nehme ich nehme die wieder die verlustversteuerung auch wenn sie vieles leider genau die anzahl der genugten einheiten sind nicht wirklich erfasst soweit ich weiß das leben ist billig das kriegt der stufe 13 das wird ja auch bekommen ich gebe mir rüstung fürs erste triangulieren haben wir doch jetzt könnten noch mehr munition gebrauchen für die armee und ich sehe keinen grund warum ich das nicht tun sollte weil ich glaube das sind jetzt wirklich nicht so viele gegner hätte man ausrechnen müssen ja so kurz mal überschlagen hätte man machen können aber ja mei ich sag mal so wie machen sie die botaniker wie viel hat diese rakete gekillt 1 2 3 viele ich würde sagen einfach 1 2 3 viele so die schlacht von sartosa steht an einen sartosa erfolg applaus meine ich einen sartosa applaus bitte für diese attacke nein spaß erstmal für den erfolg ich kenne diese siedlung der angriff auf dieses teil ist scheiße ja hatten wir doch neulich schon mal so ein ding hier wir werden jetzt einfach hier die mauer stürmen du greifst das tor an ich weiß nicht was ich mit euch machen soll das brauchen wir alles noch nicht namen donnerkönig sie greifen alle das tor an das ist nicht das was ich wollte boah das würde ja tausend jahre dauern das dinge zu öffnen ich lass sie trotzdem mal schießen das sieht witzig aus geht eh mal dahin von da kann ich glaube ich noch mehr treffen gott wo sind denn überhaupt mal viele von denen die dinge kenne die die sie sie die die sie ja die raten sind auf dem vormarsch naja oder sowas ähnliches der hat gut gesessen der war blitz den lasse ich mir gefallen das schöne sie haben sich alle an einer stelle versammelt das muss doch wehtun haben die verlappen hatte ich noch an der projus ja nicht nur normal machen keinen ober karte extra der marsch bitte ach stimmt er hat jetzt auch schon so ein ding schredder hatte ich vergessen dass er das auch kriegt exakt friedrich das video die hierzu wird in einigen tagen wahrscheinlich in drei auf nörd an cut zu sehen sein mit allen fails so jetzt zerfällt hier endlich mal komische bande hier wie wäre es wenn ihr jetzt einfach mal anstürmt und nicht ewig wartet okay also irgendwie hatte ich schon ein bisschen mehr erwartet warum kann ich die nicht angreifen jetzt kann ich sie angreifen hä was war denn das gerade schon wieder okay ihr kommt jetzt rein ihr auch die zerfallen das ist gut jetzt holen wir uns mal schnell diesen punkt hier bevor das ding noch ewig weiter auf mich schießt muss ja nicht sein dinge die lästig wären wenn sie weiter so laufen würden das ist das hier ist wieder so eine horde zum piraten artillerie da kommt die horde an warum fahren die außen rum okay das ist irgendwie ein bewegungs bug gerade gewesen das ding will unbedingt außen rum fahren so gewonnen weg ist sartosa meine güte hatten ratten 336 kills die haben mehr kills gemacht als ich gedacht habe ohne witz die jessels darf man nicht unterschätzen die sind richtig richtig gut also die sind enorm wenn die auf was schießen können da ist auch kein fahrradweg man will kaffee ach so stimmt ratten halten sich an regeln und tschüss sartosa ah nee sie sind noch nicht ganz vernichtet irgendwo läuft noch was rum von denen oder ah nee doch sie sind vernichtet die meldung kam bloß nicht reparieren wird das hier auch wir machen auch schon ein bisschen wein was kann ich ansonsten hier machen ja halt hier pfandhaus in der flockstraße das kann irgendwie jeder habe ich so das gefühl ein fahrradweg sehr schön guck mal dank der ratten ist es ja auch alles wieder schön grün geworden ratten für öko wir sind die öko ratten ausgerechnet mit ikit wir begrünen die landschaft hallöchen an rauschebarer wurstinger willkommen ach ja jetzt haben wir noch einen das war malagor ne wir haben auf jeden Fall noch so einen lästigen tiermensch genau warp steingrün leuchtet also ja da ist er der schatten geborene lästige typ da er ist näher als gedacht näher als gewünscht jetzt wird es gefährlich für unsere hauptstadt aber dafür habe ich ja noch mal was zurückbewegt so dann gehst nämlich du schon mal dahin ich glaube die sind wieder abgehauen weil man sieht sie nicht segeln wir dahin um zurück nach scavenbleid schrägstrich berlin zu kommen klaren ratten mehr wachstum ich will es mal den unterhalt hier reduzieren so moment bin gleich mal wieder da auf toilette okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Allein deswegen ist das Ding geil Wegen den Fressalien hier Die haben Essen Und zwar nicht zu knapp Ich gucke gleich, ob ich Helden holen kann Ich glaube aber nicht Ich habe noch nicht wirklich Gebäude dafür, Zauberer Die, ähm Zumindest hätte ich keine gebaut, von denen ich wüsste, dass die Einheiten mir, also Helden mir ermöglichen Aber wir sehen es gleich Jetzt müssen wir gleich nach Rathmandu wieder reinspringen, um zu verhindern, dass der hier wieder was Doofes tut Und dann brauchen wir demnächst bessere Einheiten zum Wegblocken Da So gefällt mir das Ach wie süß Wisst ihr, es sind nur, aber wisst ihr was, ganz im Ernst Das gewinnen wir doch ohne diese alle Einheiten zu verlieren Also ganz im Ernst Ich, äh, verweigere mich einfach der Annahme, dass wir die als alle verlieren Rathorn für eine, äh, eine Stadt Okay, MNG Bezieht sich, äh, bezieht sich auf irgendeine Stadt, die es gibt Weil wenn ja, dann komme ich gerade nicht dahinter Darfst du uns aber gerne mitteilen Also den Helden kann ich löschen, Miraculas Okay, dann sagt, dann, dann, dann macht das einer der Mods Also den Radikal als Held löschen, wenn ich das richtig verstanden habe Ah, okay, ja, dann passt, äh, MNG Ich wollte bloß wissen, weil Vielleicht Gibt es ja manchmal so Anspielungen So 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 Sag mal, diese Höhle, die habe ich aber auch selten Bisschen noch nie gesehen Hallöchen Knorkel, guten Abend Also diese Höhle ist mir gänzlich unbekannt Mit diesen riesigen Warpstein-Happen hier Man wundert sich und staunt Halt, ne, ich habe eine geilere Idee Warte mal, du hast so einen Feuerball dabei Die Weltrandrüstung Naben bin Geli Oh, hatte ich einen Knorkel, grüß dich Genau, Glyphia Hier macht keiner Anspielungen Das Das wäre ja kreativ Und hier passiert garantiert nichts Kreatives Jeder von euch noch von mir Wir zocken nur Move, Rang Das ist, move Glock of Master Slingers We're ready to go, Nell, world one Move, Tails Stop, stop me Out of the shooting Stop, stop me Stop, stop me Stop, stop me Stradivari für einen besonders musikalischen Helden? Ich weiß nicht, ob wir einen sehr musikalischen Helden haben werden. Definiere doch mal, Erich, was ist ein musikalischer Held in deiner Welt? Es reicht, wenn er seine Opfer zum Singen bringt. Ah, okay, das kriegt er bestimmt hin. Da haben wir sicherlich Potenzial. Der hat sich immerhin hier mal durchgefräst, hier mit seinen Geschossen. Ich will, dass das feindliche Zentrum bricht. 65, 55, ich bin besser im Nahkampf als der Mensch. Das ist nicht das算 fair. Nein, es ist nicht los. Wir wollen das nicht. Der Mensch, der Kommandion! Das ist nicht so lustig, Entstands. Das ist nicht so lustig, Entstands, Entstands! Nur scheint das Spiel das nicht so zu sehen. Ja, jetzt halt mal da rein, kommt. Gelrit, danke für den Prime Sub und grüß dich. Äh, musst du I drücken, dann geht das an und aus. Oh, shit. Fallt mal zurück hier. Ey, das ist so lächerlich. Meine Nahkampfpferde sind so viel besser als die von dem. Ich verliere das trotzdem. Holy shit, fallt zurück. Skunk. Skunk, yes, yes. It counts, yes. Skunk. Skunk, das ist so lebe. It counts, es ist so lebe. Das war's für heute. und vorher war jetzt hier rein oder kommt mein abend ist ein dankeschön ja 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 Schwiegerts, 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 Schwiegerts! Mal alle zurückfallen lassen. Der hat noch 20 HP. Und jetzt flieh er. Und jetzt flieh er wieder. Der sammelt sich halt einfach wieder. Und meiner wird es wahrscheinlich nicht tun. So wie ich ihn kenne. Der alte Versager. Nee, der sammelt sich nicht mehr. Der sammelt sich nicht mehr. Er ist so zum Mäusemelken mit diesem Spiel. So, die sind offiziell zerstört. Ach so, Rattenmelken. Ja, natürlich. Es ist zum Rattenmelken. Ihr habt recht. Wie wäre es, wenn ihr jetzt mal schießen würdet? Und zurückfallen. Ich habe eine bessere Idee. Teile ich mal in zwei Richtungen auf. Und schon einmal in zwei Richtungen in zwei Richtungen. Und jetzt flieh ein! Und jetzt flieh ein! Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Natürlich in dem Moment drehen die sich halt wieder um Oh, die haben keine Munition mehr Das ist nicht so gut Warum sind die so schnell? Und ich weiß nicht, was sie hier noch vorhaben Immer noch nur gebrochen Tja, jetzt sind die auch im Nahkampfmodus Der nächste, der im Nahkampfmodus ist Das Volk flieht hier Boah, endlich ist dieser verdammte Amilos da Meine Fresse Ich warte die mal verfolgen So, in der Zwischenzeit präsentiere ich euch gerade eben jetzt hier mein Essen hier Also ist auch so ein HelloFresh Essen, ne? Ich mache immer noch Werbung dafür Und wir machen das jetzt gerade eben freiwillig nochmal weiter Weil uns bis jetzt die Sachen sehr, sehr gut geschmeckt haben Das sind jetzt Linsen mit Kartoffeln Also es sind Kartoffeln, wo Linsen noch drauf sind und die wiederum mit Käse überbacken Ich habe diese Kombination in meinem Leben noch nie gegessen Ich bin jetzt selber mal sehr gespannt, wie das schmeckt Ja, ein Karussell hatten wir gestern, das brauchen wir heute nicht Also ich probiere dann mal Mal gucken Und ich habe übrigens heute mein erstes warmes Essen Bin also doppelt gespannt Dankeschön, Leute, Dankeschön Schmeckt gar nicht schlecht Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, die ich mag Also Kartoffeln, ich stehe auf Linsen Und ich glaube, was ist das? Ist das eine Tomatensoße? Ein bisschen Karotten sind auch in der drin Dann kann man essen Einen grünen Salat gibt es auch Mal gucken, wie der schmeckt Weil ich bin da immer so ein bisschen eigen Also ich bin da schlimm Beim Thema Salatdressings Also meine Frau hatte immer lange mit mir zu kämpfen Ein bisschen ein Salatdressing gefunden hatte Wo ich einfach freiwillig den Salat dann esse Das muss bei mir immer so leicht süßlich sein Oder ein Caesar-Dressing Ich bin da ein Banause, aber ein Bekennender Mal gucken, wie das hier schmeckt Könnte das Dressing von meiner Frau sein Möglicherweise ist es das, muss ich sie fragen Dass sie nach jahrelanger Recherchearbeit für mich entwickelt hat In einem Labor Nee, keine Ahnung, könnte sein Weiß ich nicht, ob sie da auch was von HelloFresh hatte oder nicht Guten Abend, Cameo Und wie gesagt, ich lasse sie gerade eben verfolgen Weil, warum nicht Die Geschwindigkeit gerade noch ein bisschen Genau warum Du wirst lachen In der Zeit, als ich von der Uni abging Hatte ich kurzzeitig echt die Überlegung Ein eigenes Labor Ein eigenes Institut aufzumachen Aber das habe ich relativ schnell verworfen Weil die Kosten viel zu enorm gewesen wären Und die Kohle hätte ich nicht gehabt Aber es gab eine kurze Phase Wo ich mir überlegt hatte In den Keller mir ein Labor zu packen Und eventuell Ein Institut für Umweltanalysen aufzumachen Weil das ist das, was du normalerweise dann als Biologe machst Du suchst dir natürlich irgendetwas Wo du entweder irgendwelche Gutachten schreibst Und irgendwelche Analysen anstellst Und bei mir wäre es einfach so das Ding gewesen Ich hatte halt eine Zeit lang auch an der Uni Das war nicht mal während meiner Diploma- oder Doktorarbeit Sondern das war viel früher Da habe ich im Institut für Didaktik gearbeitet Habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt Was ich nicht erzählt habe Ich habe eine Zeit lang dort auch Neben den Lehrerfortbildungen Auch so Umweltanalyse-Geräte benutzt Weil mein Prof, für den ich gearbeitet hatte Die damals auch für die Lehrerfortbildungen testen wollte Ich arbeite nicht mal in der Uni der Grimm Ich bin 2017 von der Uni abgegangen Nach meiner Doktorarbeit Und es gibt von HelloFresh Linsen auf Kartoffeln Mit Käse überbacken Guten Abend Argos Ich bin so schleckig Ja Sky, ich bin schleckig Das kann man sagen Kann ich mich nie dagegen wehren Also ich weiß nicht, ob alle wissen Was schleckig heißt quasi Gibt es das eigentlich auch in anderen deutschen Gebieten Ich versuche es mal zu umschreiben Wenn du halt sehr genau Ähm, darauf guckst Wie das Essen halt manchmal schmeckt Und Man kennt auch Das ist aber auch so ein Schwäbisch Heikel Ne, ja Also Wenn du halt einfach quasi Gewisse Dinge halt einfach nicht essen willst Weil Oder Ja, wählerisch Wählerisch Ja, wählerisch Ne, penibel Penibel würde ich Penibel ist zu negativ Penibel ist quasi so Oh, das ist doof Das schmeckt doof Sondern einfach so Ne, mir persönlich Ähm Ist es nicht Also für mich ist es nicht lecker Wählerisch trifft es eher Aber schleckig sagt man eher So im Positiven Im Schwäbischen Wenn jemand Ähm Halt einfach Nicht gerne alles isst Suppenkaspers eher so meckrig Das trifft es auch nicht so richtig Also im Schwäbischen ist es eher positiv besetzt Weil schleckig Ne, also Komm von schlecken Sehr lecker Und ich sehe gerade eben Was ist wieder mal Der große Vorteil Wenn man eine Käsehaube Über dem Essen hat Der Käse Ist ein super Isolator Sorgt dafür Dass du Nicht so leicht Ähm Dass das Essen Lassen sie sich nicht so schnell aufgekühlt Eine Warpsteinrüstung Schaden pro Sekunde Um ihn herum Das wäre genau das Richtige für ihn Wobei auch für Dingens wäre das nicht schlecht Aber er hat ja den Eisenkörper Den wird er auch nicht loswerden Schild der Verteidigung Schild der Verwirrung Ne, war mal Schild der Verwirrung Ähm Ja, die Weltrennenrüste ist doof Das ist nicht doof Kreischende Klingel Entsetzen verursachen Das hätte ihm jetzt schon sehr geholfen Ähm Ich werde mal diese beiden Waffen Hier miteinander Verschmelzen Oh, ich habe den Bronze Spalter Bronze Spalter Ist sogar noch besser Weil Die Skabensklaven Jetzt um ihn herum Plötzlich plus acht Nahkampfangriff Dann sind die auf einmal Nicht mehr ganz so scheiße So Okay Also wir haben ihn jetzt ein bisschen ausgestattet Was machen wir mit dir? Kann ich hier schon Truppen rekrutieren? Das ist das Entscheidende Nein Ja, dann gehst du jetzt hier wieder dahin Und wieder dahin Toll, das hat natürlich jetzt wieder mal Nicht geklappt Ey, das Spiel hasst mich manchmal Einfach Schlief Ja, dich bauen wir auch aus Weil sich das rechnet Und dann gehen wir in die nächste Runde Und dann kann ich noch mal ganz was essen Die Rütte von Orego sind weg Und danke schön an der Grimm Für den Reset im vierten Willkommen noch mal heute Ach, ich kann das jetzt hier natürlich nicht machen Das war doppelsinnlos Ach, shit Ja, 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 ja Ich muss denen erst mal zeigen Wo der Hammer hängt und so Da muss ich denen erst mal ein paar Grenzen aufzeigen Ähm Aber jetzt kann ich Einheiten rekrutieren Jawohl Warpflammenwerfer Ja Ich lege jetzt mal Die Skavensklaven hier zusammen Ich lege die hier zusammen Also wir holen jetzt noch mal einen Warpflammenwerfer Und noch mal ein weiteres Yesile-Team in unsere Truppe Dann würde ich ganz, ganz gerne Ja, also komm Wozu soll ich das hier noch behalten Ich hole mir noch mal ein paar normale Clanratten mit Schilden Und dann haben wir gleich wieder Units, die wir benennen können Also wir haben schon Namen dafür Du kommst jetzt hier auch noch mal mit rüber Und dann geben wir die nächste Runde Dann habe ich auch gleich aufgegessen Ja, das war lecker Also ich bin tatsächlich überrascht Hashtag Werbung Da oben ist, steht es ja Aber ich habe bis jetzt nichts Also die haben jetzt dreimal bei HelloFresh gegessen Und nichts davon war nicht lecker Also es war alles lecker Oh nein Warum kommt ihr jetzt auch noch Ja, ich kann jetzt hier leider nicht angreifen Weil die Waldelfen sich jetzt hier gerade eben aufdrängen Und offensichtlich ein Bedürfnis haben Sich irgendwie jetzt in den Vordergrund zu drängen Also gut, du gehst da ein Gehst da ein Genau, das ist das Tolle, Senior Halapenos Hat meine Frau auch gesagt Das Tollste daran ist, dass du die Rezepte einfach selber nachkochen wollen kannst Weil es eigentlich nichts ist, was du nicht auch so im Laden kaufen könntest Also als Inspiration ist das sicherlich eine tolle Sache Sehe ich genauso Ballistische Kalibrierung Ne, ich mache jetzt mal mehr Munition Dann schmeißen wir nochmal Die drei da raus Ich nehme nochmal einen Yes-Ile Ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Warpflammenwerfer nehmen soll Ich will jetzt mal gucken, ob einer ein weiterer funktioniert Vielleicht zwei Yes-Iles Und dann nochmal Oh, jetzt haben wir die Aber ich kann sie mir noch nicht holen Vom zeitlichen Faktor her Nicht immer vergessen Nicht vergessen, Leute Im Wort Faktor steckt auch immer Fuck Und das erlebe ich jetzt hier gerade eben Ach, ich habe versehen nicht eine falsche Einheit rausgeschmissen Aber dann nehme ich dich noch mit rein So Die müssen weg Nagersaki, bitte Verteidigung da rein Zwei Flammenwerfer sind immer gut Meinst du? Dann nehmen wir noch einen zweiten Flammenwerfer mit rein Also, wie hieß nochmal der Flammenwerfer, der rein sollte? Feufeu, irgendwas, ne? Irgendwas mit Feufeu Wir haben aber wieder sechs Punkte hier Helden muss ich auch geben Flammenwerfer, sicher, sicher, ist einer Ratlinggun, ratatatata Ne, ne, das ist aber alles noch älter Feufeuwerfer, dankeschön Ähm, aber wir haben noch keinen, ne? Doch, hier, Feufeuwerfer Feufeuwerfer Für eine weitere Yes-Ile-Truppe haben wir, glaube ich, keinen Namen Ich könnte mal wieder eine Rakete bauen Oder etwas anderes ausbauen The Doomwheels come Hm So, ich sehe ein Schaden über Zeit Verlustverstauungsrate nach dem Einsatz von so einem Teil Also, wir haben wieder sechs, ne? Wir können Wieder Waffenteams verbessern Ich würde jetzt dann doch auf die Yes-Ice gehen Schleicher für Yes-Ice Oh, das ist witzig, aber das kostet zu viel Das kostet alles drei und ist deswegen zu teuer 100% für Rückgewinnung von Warp-Treibstoff Nach dem Einsatz einer Verdammnis-Rakete So Haben wir also jetzt mal diese Entscheidung getroffen Mehr Kontrolle Ja, das Geld sagt, mach Die Rattenbucht Müsste das Sartosa sein Ich Ich Nehme mal an, dass wir sonst gerade eben keine Siedlungsnamen haben I think But I don't know Was soll ich wechseln? Oh, ich hab zwei Raketen bekommen Yes, da haben die 25% geprockt Dinge, die ich feiere Nagersaki Ne, ich möchte Ratmandu eigentlich weiter ausbauen Wir brauchen das Oh, Raton gibt's noch nicht Du hast recht, ich hätte Raton zuerst machen müssen Aber wir machen Raton noch Keine Sorge Weil Skavenbucht Finde ich an der Stelle eigentlich ganz witzig Aber keine Sorge Wir machen Raton noch Versprochen Das ist sicher Genau, ich denke auch, dass Rattenbucht da ganz gut passt Ratatosk Wie meinst du das, Draco? Hat das jemand gemacht Oder ist das nur eine Überlegung Dass man was so nennen könnte? Jetzt gehen wir mal hier hin Und stellen uns ganz keck in den Hinterhalt Sie wissen nicht, dass wir da sind Vielleicht fallen sie ja drauf rein So, was forschen wir als nächstes Ein Exempel statuieren Das bringt uns insgesamt noch mehr Führerschaft Ähm, Masse Ja, wir nehmen's mal Masse Macht durch Masse Nehmen wir jetzt Hier hat's so viel geiles Zeug Aber ich muss erstmal gucken, dass hier noch mehr Wachstum reinkommt Ratatosk Ratatosk Bei mir klingelt's auch irgendwie Devcon Ich weiß aber auch nicht, warum Mir kommt das auch irgendwie sehr bekannt vor Wisst ihr, wir brauchen endlich genügend Geld Damit wir jetzt hier noch Ich brauche euch nochmal eine weitere Armee Hä, wo sind die jetzt hin? Erzähl mir nicht die Story vom Pferd Dass die einfach wieder gegangen sind Ne, die sind jetzt hier unterirdisch da lang Oh man Na gut Gut Gut, das hilft denen nicht wirklich Du kannst in die Siedlung reinlaufen Und dann holen wir dich einfach Weil wir haben eine schön große Bewegungsreichweite Boom Also auf jeden Fall waren das schöne Level-Ups für die Einheiten Wir nehmen nochmal Nahrung vielleicht Ja, wir nehmen die Nahrung Ich hab, ja, ja Man kann aus dem Tunnel-Modus tatsächlich wegrennen, du Syndra Ist mir auch schon aufgefallen Als ich das das erste Mal beobachtet habe War ich auch ein bisschen irritiert Neutral ausgedrückt Äh, Loyalität für Woblockmeister Nee Das holen wir uns Und Ah, Wissenschaftler des Untergangs Die Messingkugel wird jetzt noch stärker Na also Dann Bekommt er noch mehr Waffenhändler Und jetzt schau mal Ich wollte in Ewigkeit mal gucken, ob ich noch Helden machen kann Ja Häuptlinge sind möglich Scharfsinnig Flinke Füß Taktiker Alle Scheiße Nein Das hier ist nicht schlecht Für Ratten So, mal ganz, ganz kurz Welche Einheit Äh, braucht noch Äh, 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 was für einen Heldennamen haben wir zur Verfügung Hey Pinsy Guten Abend Willkommen mein Lieber Na, wie geht's dir? Ich schmeiß jetzt das da raus Und hole mir noch Das da So Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Menge Feuerkraft in der Troppe hier drin Ich sag's euch Die Frage ist bloß, ob ich das so lasse, ne? Ich brauch vielleicht noch mal mindestens einen weiteren Dingschredder Mindestens Die Heldennamen Mickey Mouse Für einen Assassinen Aber war das nur Mickey Mouse? Ich sehe, wenn man auf einer Rattlinggang kann ich Ratatatata machen Wir haben auf jeden Fall noch mal eine Rattlinggang jetzt hier gerade eben bekommen Eine Ratatatata gibt's ja schon Aber es ist dann ein anderes Ratatatata Das schreibt man dann anderes Ratatatatata Ja, so Meister Splinter haben wir noch nicht Nee, haben wir noch nicht Dann wird das jetzt hier dann Meister Splinter Meister Splinter Das bauen wir auch noch raus Den Bahnhofszoo bauen wir aus Nee, warte mal, den könnten wir eher verlieren Ich mach ein Nagersaki Das hier noch rein Hier kann ich nichts Der muss halt noch irgendwie zu der Truppe mit den Skaben Dings da Oder warte mal Ich könnte noch mal einen weiteren Helden brauchen Flinke Füß Gelände erfahren Scharfsinnig Ich find keinen von denen geil Lass uns mal Rattenscharf Ah Strativari Dann wird das der nächste Zauberer Ja, dann hol ich mir Sobald hier ein Besserer zur Verfügung steht Holen wir uns einen Strativari Genau, das war doch der von Erich Der Der leicht musikalisch sein sollte Auch wenn ich noch nicht so richtig weiß In welcher Disziplin er fiedelt Mach's gut, Marunga Schön, dass du da warst Ratatos ist ein Charakter aus dem Namen des Orden eines mystischen Wesens Was ich Mit Rattenunterhaltung ihnen befehlerte Ah Okay, das muss ich auch noch nicht Ich warte definitiv jetzt hier nicht für sowas billiges Deine Loyalität senken Ich stehe das nicht ein Also eigentlich müssen wir jetzt irgendwie Hier nach Montenas kommen Aber wenn ich jetzt hier nach Montenas gehe Dann werden wir hier Wobei Das ist echt der einzige Ort Vielleicht macht's doch Sinn, das jetzt hier zu tun Kannst du noch laufen, diese Runde? Nee, diese Runde kann sie nicht laufen Dann geh mal hier ins Wasser Wie meinst du, das Summer Breeze, wie laufen die so schnell? Der ist zuversichtlich, das finde ich wieder gut Okay, das ist zuversichtlich Das könnte man musikalisch interpretieren Also, das ist ein Das ist der Strati Strativari Jetzt verstehe ich den Witz erst Da ist ja auch ein Rad drin Strativari ist auch da Dann gehst du hier hin Und jetzt müssen wir gegen diese Tiermenschen vorgehen Und dann gibt es noch Ratatösker Die haarige Baumratte aus dem nördlichen Mythos Okay Dann kann man da noch die Angstratte Genau, Ratten noch für eine Siedlung Rollding müssen wir noch machen Oh, Rattenogre werden wir wahrscheinlich kaum haben Es sei denn, es wird die legendäre Rattenogreinheit sein So, dann werden wir nächste Runde jetzt hier unterirdisch Ach, guck mal, wer da schon wieder rumschippert Die Tiermenschen haben gelernt zu schwimmen Sie haben gelernt zu schwimmen Ich schmeiß jetzt eine Clanratte mit Schild raus Um den jetzt hier reinzukriegen Für noch einen weiteren Helden des Kampfes Und dann wird er hier noch In diese Armee reinkommen Sobald das geht Hier können wir jetzt noch mehr Nahrung machen Und ich möchte jetzt hier auch endlich die Verteidigung drin haben So langsam aber sicher Entwickelt sich hier Miraliano Also wir haben richtig hart in Miraliano investiert Wir sind investierende Ratten Das wächte eigentlich schon nicht von Iktrassi Das glaube ich dir Kameo, dass es passieren kann Also auch jetzt hier gerade eben Zum Beispiel der Kampf alleine gegen die Gegen Sartosa war Nicht leicht Also das hätte auch anders laufen können Also was Sartosa in der Zeit an Truppen aufgebaut hat Der hat mich schon staunen lassen Haben die Tiermenschen nichts anderes zu tun Als zum Beispiel Lepthänenzauber Und auf den Keks zu gehen So wie es aussieht Nicht, Lusindra So wie es aussieht Stehe ich heute auf ihrer To-Do-Liste Und sie haben nicht vor Das zu ändern Ey die Schippern jetzt halt ernsthaft nach Sartosa Diese miesen Penner Ich spare mein Geld Diese miesen Penner Ah, wir haben eine lustige Idee Ich kann bis hier springen Dann kann ich das Ding direkt platt machen Raubzüge Bringt Clanraten noch mehr Rüstung Das klingt interessant Ja Aber die Maschinen kommen halt erst sehr viel später Also das hier haben wir jetzt nochmal übersprungen Weil ich nicht das Gefühl habe, dass das gut enden wird Yes Imperium des Trügers und Haarknoten Ne, ich werde mich mal diplomatisch nirgendwo aus dem Fenster lehnen Sobald ich mit irgendjemandem nicht Angriffspakt mache, hassen mich alle anderen dafür Ganz egal, der ja solche Brise, der ja in der Siedlung natürlich solche verbreiten kann Das prägt mir gerade überhaupt nix Bordochin, der in der fremden Siedlung entweder eine Unterstadt errichten kann Oder verheerend das irgendwie gedöst Ich will eigentlich mal eine Unterstadt haben Ganz im Ernst Ich kam noch nicht dazu Wo ist er? Okay, das hat mir nicht geholfen, dass er hier spawnt Ja komm, dann errichte mal Eine Warlock-Werkstatt hier Ja natürlich werde ich als Gabe von allen gehasst Sven so grüß dich übrigens Aber das ist doch noch lange kein Grund anzunehmen, dass ich deswegen sofort angegriffen werde Von allen meine ich Passt auf, Malekit und Mazda von Mundi haben sicher auch nichts zu tun Ey ohne Witz, jetzt will er garantiert Frieden Kaum stehe ich vor seinem Häuschen Will der Frieden Fällt mir auch nix mehr ein Was ist das hier? Zauber... Ah, das Ding nehme ich gleich raus Das ist Quatsch Ach, ist das schön Ach, ist das schön Und jetzt bekomme ich In dieser Runde Zwei zum Preis Von einem So viel dazu Wie sie da rumklöpfen Kampftraining Ja du bekommst Kampftraining und die Schweifwaffe Und jetzt werden wir mal hier eine jede Menge besiedeln So Ihr wollt Nagasaki angreifen Ich habe keine Ahnung Ob Nagasaki sie verteidigen kann Wir werden es sehen Äh, ob Ikki noch eine Doomsphere hat Also in dem Spiel Was ist eine Doomsphere? Erklär mal bitte Topsen Damit ich weiß, was du damit meinst Weil so aus dem Stehgreif weiß ich nicht, was es ist Wir werden natürlich jetzt gucken, dass wir so schnell wie möglich unsere Ausbreitung hier vornehmen Aber das wird wieder dauern Wie alles, was man tun in dem Spiel LOL Oh tschüss War schön mit dir Schattengeborener Ein Problem weniger Ach ja Und jetzt Was ist jetzt unser Feind? Es gibt es eigentlich nur die Die Waldelfen Tja Die haben sich irgendwie selbst gelöscht Die sind einfach kaputt gegangen Einfach so Just for the Wallistische Kalibrierung wird das nächste sein Dann holen wir uns Magritte Das wird nun Raton Nee, war mal Raton Ich gehe schon mal Stufe 2 würde ich sagen, oder? Ja, das können wir machen Nee, das wird Raton sein In Monitas Ähm Montenas Also Raton Dann haben wir jetzt auch Magritte Ich will erstmal hier nochmal für Wachstum sorgen Bevor ich was anderes hier reinmache Das war ein suizidaler Angriff Ja, das ist auch etwas, was ich erst seit Warhammer 3 beobachte Dass die KI zu solchen sehr, sehr fragwürdigen Angriffen neigt Bei denen sie eigentlich gar keine Chance hat Es aber trotzdem tut Und sich nicht wieder zurückzieht Und das verstehe ich nicht, dass sie das tut Aber sie tut es Hier kann ich noch 160 verdienen Hier kann ich 160 verdienen Ja, wir machen erstmal das Dafür noch mehr Wachstum Und die Verteidigung machen wir mal noch nicht Was mache ich denn jetzt mit dem Mit dem Skaven Warlord Ich glaube, der geht einfach nach Bilbali Ganz im Ernst Ich habe irgendwie Bock mich mit Mit Bretonen zu knüppeln Die kommen mir momentan Wobei eigentlich Aber eigentlich möchte ich nicht Burkakason angreifen Nicht jetzt, nachdem ich jetzt hier ein Labor eingerichtet habe Die KI ist darauf programmiert Dass wenn sie keine Siedlung mehr hat Es sei denn, es ist eine reine Horde Direkt eine Siedlung anzugreifen Das aber gerade eben Nicht der Fall Der wollte da sowieso angreifen Und aus irgendeinem Grund hat die KI bei ihrem Angriff Nicht berechnet bekommen Dass sie das nicht gewinnt Also normalerweise berechnen die im Vorfeld Das gewinne ich oder das gewinne ich nicht Wenn sie sagt, das gewinne ich Dann greift sie an Wenn sie berechnet, ich kann das nicht gewinnen Greift sie nicht an Aber aus irgendeinem Grund tut sie das in Warhammer 3 trotzdem Und dann verliert sie ganz oft Ja, richtig Hotbox Glück gehabt Aber das ist erst seit Warhammer 3 so In Warhammer 2 kann ich mich nicht erinnern Dass das in größeren Stile Oder überhaupt passiert wäre Okay Um den Spieler zu verwirren Wenn das das Ziel war Hat es geklappt Das kann ich nie von der Hand weisen Dass es mich verwirrt hat Der Bahnhof Zoo Ich glaube ich mache mal noch Ne Ich will das hier noch mit rein machen Ansonsten spare ich noch ein bisschen Das hier muss ja auch noch irgendwie hoch gebaut werden Aber wir haben noch nicht genügend Gedöns Und nicht genügend Bevölkerungsüberschuss Was sagt die Technologie Die Technologie sagt Dass wir hier die Clanraten noch mal Mutiger machen können Aber hier könnten wir dann die monströsen Pläne machen Aber das ist ja nicht das was ich will Da Da kommen wir hin Ich muss Nehmt alles mit Über die Gefahr aus der Tiefe Und dann hier rein Zu den empfindlichen Plänen Da müssen wir hin Sitzbisser meint Wie schön muss es sein Wenn in den Spielen Eine anständige AI Einzug hält Ja ich sage mal so Wenn sie perfekt wäre Wäre es auch doof Ne Also das darf man ja nicht vergessen Also das Einzige was ich an dieser Stelle halt kritisiere Ist dass die KI den Angriff durchzieht Und nicht das tut Was der menschliche Spieler tun würde Weglaufen In so einem Fall Wenn du siehst dass du das nicht gewinnen kannst Ne Das wäre die Reaktion des menschlichen Spielers Oder selber spielen Aber wenn du die Option nicht hast Oder belagern Haudi Ja das ist auch richtig Belagern hätte sie machen können Das wäre sinnvoll Oder sich zurückziehen Aber auch bei normalen Feldschlachten Zieht sie sich nicht zurück Sondern zieht den Scheiß durch Und das ist etwas Was man der KI beibringen müsste Ansonsten Cleverer wirst du die KI kaum kriegen Sie muss Fehler machen Und wenn sie perfekt agiert Sind die Spieler nur noch frustriert Ähm Es müsste aber so sein Dass die KI halt einfach Eine größere Bandbreite An Fähigkeiten nutzt Das wäre sinnvoll So wir haben jetzt hier gerade mal ein bisschen Ruhe Diese Ruhe möchte ich nutzen Kann ich da eigentlich schon reinlaufen Jawohl Kann Bill Barley direkt auch nehmen Der Wahnsinn Es hat geklappt Also wir haben jetzt schon mal Wie gesagt Jetzt hier das Labor Das Warlock Dann möchte ich Chance auf Erweiterung des Tiefenreichs haben Das brockt uns allerdings Nahrungsverbrauch ein Das macht aber nichts Wir haben jede Menge Nahrung Chance zu entdecken ist da Ich will Dass es in Decken reduziert wird Und mehr machen wir erstmal nicht Auch wenn wir keine Kohle haben Und damit gehört uns das jetzt hier auch Also wir haben jetzt hier schon ein ordentliches Gebiet Auch wenn es Crap ist Aber es ist unser Crap King of Avalon Was ist damit gemeint Äh Judipat Clan Geddin Grüß dich Schönen guten Abend Und danke für den Riesat im siebten Vor allem gegen Fernkampfarmäen Du lässt sich die KI immer noch zusammenschießen Wohl wahr Also die KI hat einfach den Nachteil Dass sie Sie wartet immer Und sobald du halt irgendwie mit Zaubern Oder mit Beschuss Vor allem mit Langstreckenbeschuss Sie zusammenschießt Greift sie halt einfach YOLO an Wie als ob sie von jemandem geführt würde Der noch das Wort Taktik Noch nicht einmal irgendwo im Duden gelesen hat Ähm Man könnte ihr da sicherlich Clevereres beibringen Hm Klingenschild für ihn Also ich hab da tatsächlich Also Chris Ares meint gerade Wenn die KI besser wäre Müsste man ihr irgendwann keine Vorteile mehr geben Vielleicht sogar Handicaps Ja und nein Also das große Problem ist es Dass die KI Die KI muss würfeln Die KI muss im Grunde Also sie kann die Situation erkennen Und dann kann sie sich entscheiden Kämpfe ich jetzt gezielt Um diesen Nachteil ausgleichen Weil die KI ist allwissend Du musst Es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit Der KI Die Allwissenheit auszutreiben Und das ist eigentlich Wenn du ihr Einen Würfelwurf verpasst So nach dem Motto Checkst du Dass du flankiert wirst Oder checkst du es nicht Also siehst du es Also als ob der menschliche Spieler es auch nicht sehen würde Waldelfen Richtung Carcassonne Und wenn man das so einstellt Wie willst du es einer KI denn anders beibringen Die KI berechnet das ja alles Das ist ja der Computer Du kannst ja nicht einfach sagen Computer du darfst das hier nicht sehen Dann kann er es auch nicht berechnen Also er weiß sowieso dass es da ist Und dann musst du diesem Computer beibringen Wie gehst du mit dieser Information um Und Da gibt es eigentlich nur Den Würfelwurf Oder wenn du den Würfelwurf Nicht zulassen willst Weil du sagst Ich mag Würfel nicht Dann Kannst du nur noch mit Mali und Boni arbeiten Du kannst ihr einstellen natürlich Dass sie verzögert reagiert Du kannst ihr einstellen Dass sie gar nicht reagiert Das kann man dann Schwierigkeitsgrad technisch machen Aber im Grunde sind das auch schon wieder Mali Oder Boni Und Die grundlegende Problematik Dass die KI halt einfach immer weiß was los ist Das wirst du nicht austreiben können Ist nicht möglich Und das ist eigentlich das Hauptproblem in meinen Augen Hallöchen Blub Schönen guten Abend Von zu guter KI sind wir sehr weit entfernt Das stimmt nicht Das kommt aufs Spiel an Ich habe mich schon mit diversesten Spielentwicklern unterhalten Und was man dann immer wieder zum Thema Also Leute die sich halt mit KI auskennen Gesagt haben Die perfekte KI zu programmieren Ist kinderleicht Gerade weil sie alles weiß Aber Eine KI zu bauen Die quasi annähernd Menschlich reagiert Die Auch Fehler macht Das ist schwer Weil da kannst du eigentlich nur über RNG Oder mit Verzögerung Arbeiten Hans schreibt Das Problem ist nicht eine gute KI zu machen Das Problem ist eine KI zu machen Gegen die das Spielen Spaß macht Genau Und das ist nämlich der springende Punkt Es soll dem menschlichen Spieler ja Spaß machen Wenn die KI zu stark ist Im Sinne von Sie weiß alles Und sie reagiert sofort Hat der menschliche Spieler keine Chance Du hast einfach keine Chance Es ist zum Beispiel auch bei Schachcomputern so Wie ich mehrfach gehört habe Gegen einen perfekten Schachcomputer Kannst du nicht garantiert gewinnen Du kannst ihn zwar in eine Falle locken Und so weiter und so fort Aber es gibt eigentlich keine Strategie Die du da fahren kannst Weil der Schachcomputer wird immer Die in dem Moment perfekte Entscheidung treffen Also die in dem Moment Als die perfekte Entscheidung ansieht Genau sie beim Schach Richtig genau Und Deswegen spiele ich nicht gerne gegen Schachcomputer Und das ist halt eines der ganz ganz großen Herausforderungen Bei KIs Du könntest an der KI natürlich jetzt noch Verhaltenskopien einpflanzen So nach dem Motto Diese KI verhält sich so ähnlich Jetzt wie Ja also Benutzt halt einfach Strategien So wie ich sie jetzt zum Beispiel benutze Oder wie ein Legend Oder wie ein Gönner Oder wie auch immer Aber auch dagegen gibt es ja natürlich auch wiederum Konter Also Und wenn du diesen Konter dann gefunden hast Dann hast du die KI schon wieder in der Tasche Weil die KI nicht Kreativität besitzt So wie wir Die KI kann nicht wie wir Spontan Eine neue Metastrategie entwickeln Das geht nicht Ich bin ehrlich gesagt gerade eben echt überrascht Wen ich jetzt angreifen soll Wo ich zuschlagen soll Ich meine theoretisch bei den Zwergen Ich will eigentlich gar nicht jetzt weiter nach Norden Na komm wir gehen mal wieder dahin Ja wir gehen mal wieder zurück Jetzt nachdem wir das hier so ein bisschen im Griff haben Zum Zwerg oder die Wüste Ja wäre eine Idee Ich habe keine Ahnung was der Judipat Ich bezweifle sogar dass der Deutsch kann Genau das hier brauchten wir Um hier rein zu kommen So Oder doch Kannst du Deutsch Judipat Ich habe vorhin schon gefragt was du da schreibst Und du schreibst immer bloß weiter Und ich habe keine Ahnung was du mir damit sagen willst Es Es wirkt auch nicht so als ob das auf Irgendetwas ist was sich auf den Chat bezieht Deswegen frage ich mich was du schreibst Pure Neugier Chris hat noch gemeint Man könnte ihr schon Wissen geben Im Rahmen der Möglichkeiten Der Sicht und Aufklärung der Einheiten Aber der Mensch entscheidet auch mit mangelhaften Wissen Das ist schwierig Und eine KI machen zu lassen Wir hatten doch bei den Chaos-Zwergen mal so einen Fall Mit den Goblin-Reitern Mit Schleicher Wenn ich mich richtig erinnere Ein Mensch hätte sich nicht so verarschen lassen Ja ganz genau Das ist so ein typisches Beispiel Chris Dass die KI halt Wenn du der KI sagst Du siehst das nicht Ja dann siehst du das Dann sieht die das nicht Dann ignoriert die das Also dann müsstest du sehr sehr komplexe Sehr sehr komplexe Mechanismen einbauen Und da bin ich einfach nicht Programmierer genug Gar nicht Um einschätzen zu können Ob das so leicht ist Also ich glaube leicht ist es sowieso nicht Ich will jetzt hier mir übrigens bessere Einheiten holen Wir holen uns jetzt hier nicht mehr Wir holen uns jetzt hier die Die Sturmratten Die holen wir uns jetzt Deswegen spare ich jetzt mal für diese Runde Geld Hi der Toni Guten Abend Und Hans meint Selbst wenn man die KI Nur die gleichen Informationen hat Wie du Zieht die Die mich immer noch gnadenlos ab Richtig Weil sie einfach instant reagieren kann Und du siehst es auch auf hohen Schwierigkeitsgraden Dass die KI das macht Dass die KI halt teilweise auf hohen Schwierigkeiten hat Sofort den Flankenangriff riecht Und sofort Speerträger dahin bewegt Und es teilweise einfach nur noch Pain ist Und natürlich können wir sie einfach weitermachen Also erstmal Dankeschön an Maxi Dankeschön Maxi für den Reset im zweiten Die KI neigt jetzt zum Beispiel Wenn du versuchst mit Cavalry oder mit Monstern zu flankieren Sofort ihre Anti-Large-Einheiten dorthin zu bewegen Und dann versucht sie zum Beispiel Und das ist einer der Teile Über die sich ganz ganz viele Leute auch gerne aufregen Das macht die ja immer noch Sie versucht ja das perfekte Play einigermaßen hinzubekommen Sie wird bloß per Programmierung daran gehindert Dass wenn du sie dann irgendwie im Nahkampf bindest Also nicht durch einen Zauber Sondern du bindest sie jetzt durch einen Nahkampf Dass sie dort bleibt Sie müsste da nicht bleiben Die KI macht das ganz oft so Dass sie dann einfach die Truppen austauscht So ein Mutate-Manöver Und einfach wegrennt Mit der Anti-Large-Einheit Wenn sie nicht gegen das Ziel kämpft Was sie bekämpfen soll Es ist bloß so, dass sie programmiert wird Nee, nee, du bleibst jetzt da schon stehen Weil du kämpfst da jetzt ja Aber für die KI gibt es oft genug Die Möglichkeit ihre Truppen doch wieder rauszuziehen Und den Spielen zu trollen Und das ist der Punkt Wo es dann für viele richtig ätzend wird Und wo sich viele beschweren Auch nicht zu Unrecht Ähm, warte mal Ähm, Speerträger Wir holen uns nochmal eine weitere Armee Einen Warlock-Meister Einen Warlock-Meister Einen zuversichtlichen Warlock-Meister Und der holt Jetzt mal solche Einheiten Wobei ich glaube Dass ich tatsächlich eher auf die Sturmratten mit Hellebarde setze Ja, wobei, nee Wir machen eine schöne, gesunde Mischung Die Angstratte, genau Das ist jetzt die Angstratte Die Angstratte Siedlung nichts Äh, ja genau Rattenogre Sicher, sicher Ah, genau Warte mal, sicher, sicher Sicher, sicher Hallöchen Martin Und natürlich noch Dodo Flowers So Und du Gehst da jetzt hin Wir bauen noch mehr aus Wir haben gerade die Möglichkeiten Oh, ohne Witz Wo gehen wir denn jetzt mit ihm hin Ich schleiche mal durch die Lande Red Pit Oder der ist Oh, der ist auch gut Red Pit ist gut Generiert Einkommen Jo Haben wir eigentlich mal eine andere Rattenart kennengelernt Ich glaube nicht Nö Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht Ich brauche keine starke KI Ich scheitere jetzt schon an Kalida Meint Senior Jalapeno Ja, also wie gesagt Das sind halt auch unterschiedliche Meinungen Unterschiedliche Ansichten Hallöchen Hotbox Was meinst du damit Das wurde abgeschnitten Du hast noch nie eine schwere Kampagne gespielt Meint Senior Jalapeno Muss man auch nicht Wie gesagt Also ich habe auch erst als Creator damit angefangen Davor habe ich das tatsächlich auch nicht gemacht Aber ab dem Punkt, wo ich es halt beruflich gespielt habe Hat sich das natürlich schon so ein bisschen verschoben Nee, nee, später Danke Also ich könnte eigentlich erst hier noch zuschlagen Gegen diese Menschen Wäre vielleicht noch eine Idee Achso, du spielst auf sehr schwer Achso, Entschuldigung Sorry Dann habe ich das missverstanden Du spielst auf sehr schwer Aber du nimmst die Kalida Besonders bockig ist Das ist tatsächlich total faszinierend Also als ich Kalida damals Äh, lol Mir fehlt ein Gebäude Das Arsenal No Äh, als ich Kalida damals Also komplett neu war gespielt habe Kam sie mir unglaublich machbar vor Aber entscheidend hatte ich dann nur Glück Weil ich das jetzt schon so oft gehört habe Dass die Leute in Kalida scheitern Muss was dran sein Das kann gut sein Falsche Expansion Kann ganz ganz oft der Grund fürs Scheitern sein Vor allem Also zur falschen Zeit natürlich Die falsche Richtung Meistens ist zu früh expandieren Eine schlechte Idee Das Beste ist meistens erstmal Die Hauptarmee des Gegners Irgendwie vernichten Trotzdem ist irgendwie hinbekommen Dass die Einheiten Leveln Und die Helden Das ist die große Herausforderung Wenn man nicht expandieren Du hast nichts besseres zu tun Als mir jetzt auf den Geist zu gehen Ne hast du nicht Oh man Schön Naja da wissen wir ja schon mal Was die Angstrate machen wird Aber das ist jetzt halt auch wieder So eine typische Situation Wo ich zum Beispiel Ganz fest daran glaube Dass die KI wusste Dass ich woanders bin Ich bin mir sehr sicher Die KI wusste Dass alle meine Armeen Nicht hier sind Und dass sie deswegen Jetzt den Krieg erklärt hat So du rekrutierst Nochmal zwei von denen Ich hätte am liebsten noch mehr Von den Radlingkanonen Aber ich brauche noch Normales Volk Äh warte mal Wir haben Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Machen wir das so Wenn die Exe und Skabrand Gleichzeitig kommen Hat man verloren Ja auf jeden Fall Hast du keine Chance Alleine die Exe Ist eigentlich schon knüppelhart Also ich meine Du hast ja als Als Gruftkönig Äh Nicht wirklich viele Einheiten Die jetzt einfach mal Schnell mit den Echsen Fertig werden Hat man nicht Das ähm Die großen starken Monster Kommen erst alle später Der Kampf gegen die Echsen Ist allein schon ätzend Und der Kampf gegen Dämonen Ist auch ätzend Weil die den magischen Schaden machen Ähm Beziehungsweise der magische Schaden Ist gar nicht so das Entscheidende Aber sie rennen halt auch nicht weg Und sie sind sehr viel besser Als die eigenen Einheiten Sehr viel besser Aha Ich kann hier rüberspringen Guck euch das mal an Ich finde das großartig Bin überlegen Ob ich den Laden Hier einfach mal kurz mal Schleife So Bill Barley Ne auch hier machen wir Erstmal Handel Äh Wachstum meine ich Entschuldigung Wir brauchen mehr Geld Aber Handelspartner sind rar Theoretisch hätte ich da auch Bei Berlin durch den Berg tunnen können Klaro Hätte ich machen können Die Distanz geht Ohne Probleme Ich fand es gerade lustig Dass ich auch in der Breitenstelle Drüber komme Meine Ratten haben überraschend viel Wein Mein Zauberer Ja Das sind ja auch Schnapsratten Äh Weinratten Kennst du einen Weingeist Jetzt weißt du was eine Weinratte ist Ich hab hier eine Unterstadt Hier an der Stelle Darus Olli Aber ich hatte bis jetzt nicht die Möglichkeit Großartig welche zu bauen Auf sehr schwer Lohnt es sich in der Regel gar nicht Also insgesamt sind die Unterstädte aus meiner Sicht Eine Spielfunktion Die sich nur dann lohnen Wenn du nicht vorhast zu expandieren Also insgesamt sind die meisten Skarven Spielmechaniken Eher Fun Und nicht wirklich brauchbar Nach meiner persönlichen Erfahrung Okay Ich will noch überlegen Ob ich den jetzt hier einfach mal Ja komm Der geht auch noch mit Zack Der ist zu sehen Das ist okay Also wie gesagt Ich hab ja hier eine Ich will ja eigentlich Dass sich das Ding Noch weiter ausbreitet Aber noch haben wir die Chance Nicht gehabt Tunnelausgaben Oh Bewegungsreichweite Noch mal 10% Auf der Kampagnenkarte Dann noch mehr Wein Äh Das können wir auch machen Für noch mal ein bisschen mehr Geld Gut hier sorgen Ist auch noch mal Für ein bisschen mehr Wachstum Ach Ratman Du wieder Klausig wird beim Gedanken An Rattenwein Schlecht Ja Das erinnert mich wieder So an diese Rattenmelkstation Bei den Simpsons Von der Mafiosi Alle so Rattenfüttern mit Wein Und dann gefütterte Ratten Auspressen Und Wein draus machen Ah Das Geier Am besten noch mit Füßen drauf treten Tatsächlich ist das etwas Was mich früher schon immer Etwas irritiert hat Dass man halt wirklich Ernsthaft Früher Den Wein mit Füßen Gepresst hat Und dass das auch Für alle cool war Das war für mich als Kind Ein Unding Tatsächlich war das ganz gut Weil selbst als Jugendlicher Hat mich das noch lange Zeit Davon abgehalten Weintränkern zu wollen Das hat mich wirklich Hardcore davon abgehalten Moment Das hat so nicht funktioniert Jetzt Wir werden das Ding einfach mal plündern Oder? Oder? Ich konnte viel Schaden Ich hier genommen hab 5 Oh 11.000 Geil Ich find's bloß doof Wie viele Leute wir dabei Wieder mal verloren haben Optimierte Produktion Das rocken mich noch nicht so richtig Ich möchte jetzt noch mal Die uralte List verbessern Ballistische Ausbilder 10% mehr Reichweite Wow Ganz im Ernst Das ist gut Das hat endlich auch eine 50er stehen Ob sich das lohnt Ob sich das lohnt Diese komischen Skavensklaven auszubilden Darf in Frage gestellt werden Okay Okay es ist wieder so eine Billow Truppe Ich dachte eine Sekunde lang Jetzt gibt's hier wieder was ernstes Als Gegner Aber ich glaube tatsächlich Dass ich Margritta eher halten werde Er zieht zumindest danach aus Ach wisst ihr was Scheiß drauf Wir machen das jetzt folgendermaßen Du gehst jetzt da hin Machst 1, 2, 3 6, 7 Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Und schon Haben wir Eine sehr sehr gute Armee Nicht die bestmögliche Aber eine sehr sehr gute Armee Na ich würde mal Na Sag Ne Ich weiß es nicht Wisst ihr was ich übrigens Total überraschend finde Insgesamt finde ich Die Verteidigungstruppen Die jetzt hier zum Beispiel Die Skaven haben Überraschend vielfältig Überraschend gut Also im Vergleich Zu Zwergen zum Beispiel Ich finde die Zwergen Die Siedlungsverteidigung Nach wie vor Grottig Die Skaven sind da fähiger Finde ich Klausik bleibt Sein Zuffbar Das ist böse Bei Lucini Moment ich muss mal gucken Lucini 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 Ja ich kann gerade eben Mich nicht bewegen Warte mal Ne Das ändert gar nichts Ich muss warten Was soll das sein Ja ja Das weiß ich ja Das weiß ich ja Dieses Problem Ist uns bekannt Wir können ihn aber Leider nicht weiterhelfen So den schicke ich zurück Damit er dann jetzt hier So ein bisschen anfangen kann Aufzupassen So jetzt haben wir Ehrlich mal drei Punkte hier wieder Wahnsinn Ähm Chance Magiewinde Nein Verlustversteunungsrate Nein Schaden über Zeit Nein Nein Waffenteams Sounds Sinnvoll Mehr rüstungsdringende Geschosse Passive Fähigkeit Passive Fähigkeit Präsent eines Falken Für Yesile einhalten Die buffen sich Gegenseitig Auf 70 Meter Kein Feind In Kampf Fähigkeitsreichweite In Fähigkeitsreichweite Ich weiß noch nicht Was das genau tut Klingt aber spannend Ne ich gebe ihm mal Das Tarnfell Ich will dass die Nicht so leicht Zu sehen sind Wie hoch ist In die Siedlung entwickelt Immer noch Stufe 3 Ich bin ernsthaft Im Überlegen Ob wir das so Lassen sollen Fürs Erste Und Eid war Nochmal hier rüber gehen Und noch ein paar Weitere Sachen Jetzt hier prundern Ich mach das Absichtlich so Ich möchte Orion jetzt hier In die Falle locken Darum hab ich jetzt hier Nur 60% Aber ich hab ihm doch Schon so viel Reingeskillt Das ist ätzend Das mag ich nicht So Bill Barley Ausbauen Ja wenig Wald Aber trotzdem Also ganz über 60% Ist wenig So ganz grundsätzlich So ganz grundsätzlich Ist aber für mich Völlig cool Ich nehme die 7% So wir haben Orion geplattet Ja wow wenn richtig Also vielleicht können die neuen Deep Learning Technologien Eine Lösung für Spiele KIs bringen Indem man die KIs Levels gibt Und sie Im Level Im anderen Spieler Spielen gegen Spieler Trainiert wird Das ist aber sicher Sehr aufwendig und teuer Und insgesamt Ist das eigentlich Auch immer so eine Ganz ganz teure Angelegenheit Das ist das was ich Persönlich befürchte Dass egal was du machst Dass es halt einfach Immer ätzend teuer ist So Moment Du gehst jetzt erstmal dahin Du wirst noch nicht Sofort angreifen Weil ich möchte Dass der andere noch mitmacht Aber nehmen wir jetzt mal Diese ganzen Entwicklungen Der KIs Die gerade eben stattfinden Ne Diese ganzen KIs Die gerade eben stattfinden Man merkt Das Lernen Bei denen bedeutet Ja nicht nur quasi Dass die Ihre Informationen herkommen Sondern auch wie sie Mit diesen Informationen Umzugehen haben Und das erfordert halt Auch eine ganze Menge Arbeit Hi Germanwall Grüß dich Und diese Arbeit Das ist der Teil Der wiederum teuer ist Das ist das Aus meiner Sicht Das Problem Ähm Dass man da halt Unter Umständen Der Spieleentwicklung Nur dann bereit ist Das Geld In diesem Ausmaß Auszugeben Wenn man der Meinung ist Das rechnet sich Das wird ja nicht gemacht Einfach damit es gemacht ist Das darf man nicht vergessen Da sind wir wieder Bei diesem ewig leidigen Thema Was wir schon ein paar Mal hatten Ich möchte nicht Dass der drauf geht Toll Ich muss ernsthaft Jetzt hier eine Feldschlacht schlagen Ähm Das halt in der Spieleentwicklung Halt immer nach der Masse gegangen Das Thema KI Ist sicherlich Thema Für manche Leute Aber bis heute Nach wie vor Kein Massenthema Na also ich meine Schauen wir uns mal die Situation Und gerade eben gucken Aus meiner Sicht 519 Leute hierzu Das sind schon mal Sehr sehr viel mehr als früher Und ich freue mich total Aber Machen wir uns mal darüber im Klaren Dass wir Eine winzig kleine Gruppe Allein innerhalb der deutschen Spieler Community sind Die meisten Die gucken keine Streams Keine YouTube Videos Die meisten Wenn die etwas in diese Richtung machen Dann lesen sie es vielleicht mal irgendwo Ähm Und Schreiben vielleicht mal einen Forenpost Oder sowas in der Art und Weise Legend ist einer von 500 Genau Gummstig Ähm Aber die allermeisten Leute Ähm Sind An diesen Themen nur bedingt interessiert Ich denke da an so Leute wie mein Schwager Mein Schwager ist so ein typisches Beispiel Für einer von diesen nicht 500 Der hat einfach einen ganz normalen Job Sitzt abends nicht Da Und guckt einen Stream oder sowas in der Art und Weise Sondern Der liest ein Buch Und Ein oder zweimal die Woche Spielt der auch mal ein Computerspiel Wenn es hochkommt Und Ja der fragt mich natürlich Ey Mörp wie sieht es aus Ist das ein gutes Spiel Du kennst dich doch aus Und bla und so Aber der beteiligt sich an diesen Diskussionen gar nicht Der denkt da auch gar nicht drüber nach Weil es ihn nicht interessiert Und Ich glaube das ist einfach das Ding Mit dem wir uns einfach quasi Im Klaren sein müssen Dass das einfach die große Masse der Spieler ist Wäre es anders Würden hier nicht 500 Sondern 50.000 Leute zugucken Das trifft wahrscheinlich eher auf die Masse der Total War Spieler in Deutschland zu Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr Aber ihr wisst was ich damit sagen will Aber alleine die Tatsache Dass wir hier eher so Eine Promille Fraktion sind Und das ist bei allen Computerspielen so Ähm Ja ist die Wahrscheinlichkeit halt einfach Sehr gering Dass das bei den Entwicklern halt eine hohe Präferenz bekommt Ibex meint doch schon vielleicht Aber es ist halt auch keine allzu hohe Priorität Es beschäftigt sich damit einfach nicht Genau Es hat keine hohe Priorität Richtig Genau Ibex Das ist Das meine ich ja Also es ist keine hohe Priorität Also wenn ich damit sage Der beschäftigt sich nicht damit Heißt es nicht Der beschäftigt sich gar nicht damit Es fällt ihm vielleicht auf Aber er wertet es nicht als besonders hoch an Weil er sich einfach sagt Ja komm dann spiele ich es halt Dann spiele ich halt was Also wenn es ihn ganz arg nervt Dann spielt er halt was anderes Oder er nimmt ein Workaround Oder er ignoriert es Und das ist glaube ich das Was die meisten Leute tun Also die meisten Leute in dieser Situation Sind doch gar nicht so tief in der Materie drin Dass sie sich diese Hardcore Fragen stellen werden So Es geht ihr mal davor Freunde So Mach's gut cameo Schön dass du da warst Und hallöchen angry antrax Rain Rain marion meint Ich mag nur Nischen Sachen Fighting Games Und strategische Spiele Ich gucke das lieber als E-Sport Als Fußball So geht mir genauso Also Das Wie gesagt Das ist also Ich weiß nicht Ob du da immer schon so warst Also bei mir zum Beispiel hat sich Das So ein bisschen geändert Also Ich habe zum Beispiel früher auch ganz ganz gerne Fußball geguckt Aber nie alleine Also ich war noch nie jemand der Fußball geguckt hat Um Fußball zu gucken Sondern für mich war Fußball gucken Früher immer nur so ein soziales Event Das hat man mit seiner Familie geguckt Hallöchen Josh Grüß dich Oder auch zum Beispiel Also Ich gucke zum Beispiel nur mit meiner Frau die WM Und nicht mal die EM Aber auch nur wenn wir wirklich Zeit haben Und das ist halt einfach schon mal etwas Was mich halt auch Ganz krass von dem Hardcore Fußball Fan Der vielleicht auch Die Bundesliga Oder noch krasser mehr als die Bundesliga Lass es die Die Europa League Und bla 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 Also gibt es ja alles mögliche Unterscheidet Da sind einfach komplett andere Prioritäten da Und Das ist bei Computerspielen exakt genauso Es ist immer die Frage Wo stehen deine Prioritäten Und für die meisten Leute ist die Priorität Ja ich spiele das Spiel auf normal Einfach um mich ein bisschen abzulenken Einfach um ein bisschen Entspannung Unterhaltung zu haben Und das ist halt einfach Der Lauf der Dinge Und solange halt einfach Das so bleibt Und das wird Nach meiner persönlichen Einschätzung So bleiben Weil es schon immer so war Und weil man diese Muster auch In anderen Bereichen Der Gesellschaft sehen kann Wird eine Spieleschmiede Wenig Motiviert sein Große Änderungen An gewissen Punkten vorzunehmen Wenn es aus ihrer Sicht Halt einfach immer nur So einen kleinen Teil Überhaupt betrifft Genau Und der Witz ist Bei mir ist es nicht mal mit Freunden Weil in meinem Freundeskreis Guckt keiner Fußball Die gucken nicht mal die WM Die interessieren sich null dafür Das war schon im Studium so Also Mein Freundeskreis setzt sich zusammen Aus Freunden Die ich Quasi Einerseits durch Die Clique meiner Frau kennengelernt habe Also genau genommen War es eigentlich nicht mal Die Clique meiner Frau Das war die Clique meines Schwagers Die aber heute meine Clique ist Weil er nicht mehr in dieser Clique ist Also er ist eigentlich selber Da rausgegangen Weil er keine Zeit dafür hatte Langerede kurzer Sinn Das ist heute meine Clique Und aus Leuten Die ich im Studium kennengelernt habe Und Bei denen guckt keiner Fußball Das guckt einfach keiner Fußball Gut Die trinken auch kein Alkohol Das ist auch witzig Also Wir sind definitiv nicht Die typischen Deutschen Aber wir sind auch Pen & Paper Rollenspieler Könnte man vielleicht An der Stelle auch Entsprechend Dass das definitiv Nicht der Standard ist Wo sind die Bogenschützen Da sind die Bogenschützen Ich will den Bogenschützen Die Kram was können Doch Laster natürlich Die ersten Schoki Und so weiter Alter Falter Jetzt geht's los Bum 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 Äh der Warpflamm war War dir grad gut gesessen Dreht euch mal dahin. Ah, der Amilos ist da. Kannst du da kurz mal schon mal draufschießen? Komm, mach mal, mach mal, mach mal. Zum Beispiel, was hier gerade eben passiert ist. Das nervt mich eigentlich viel mehr als die KI. Dass die Einheiten einfach sich dann immer als ganze Unit immer drehen müssen und dadurch zwei, drei Sekunden Verzögerung kommen. Statt dass einfach jedes Modell sich kurz mal einfach mal nach links dreht. Und dann den Flammen warf und das Geschoss loslegt. Weil dann hätten sie nämlich noch schießen können. Das ist etwas, was ich viel nerviger finde, Freunde. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber mir geht's so. Ach, das war ja eine Siedlung. Ich muss ja gar nicht. Ist Fleischsalat auch Salat? Ey, guck mal, wir haben null verloren. Ey, ohne Witz. Vorhin hat es jemand gesagt, was weniger als zehn Verluste geht. Jetzt können wir es nicht mehr überbieten. Jetzt können wir es nicht mehr überbieten. Ach so, mehr Verluste. Ja, okay, Sarkas. Ja, mehr hatten wir ja schon viel mehr. So, wir rauben das auch einfach aus. Und leveln. Ja, komm, wir machen weiter mit der U-Artenlist hier. Er hier bekommt noch mehr Kampftraining. Ich habe ja schon U-Artenliste ausgemacht. Das interessiert das Spiel nicht. Todesrad haben wir jetzt. Nice. Adrenalinschub. Aha. Das ist interessant. Ich mache aber erstmal die Todesraserei. Auch wenn ich die bis jetzt selber noch kaum benutzt habe. Noch mehr Sarpöhrfähigkeiten. So, jetzt wollte ich nochmal hier ein bisschen was gucken. Also wir haben ja immer noch diese blöde Knochenstandarte. Wir können mal den Brüller mit reinnehmen. Ähm, Glockenpolierer. Wow, das war's schon. Wow. Da geht wirklich nicht so viel. Schild der Verwirrung. Ja, dann bekommst du jetzt immer das Schild der Verwirrung. Die kreischen, die klingeln. Also viele Items haben wir nicht. Ich mag es, wie wir hier regenerieren. Loyalität für neue Rekruten. Kontrolle. Ich muss endlich dieses Arsenal mal irgendwo bauen. Ich gebe zu, das muss mal sein. Genau so. Bitte gehen Sie. Bitte. Ich habe höflich bitte gesagt. Okay, jetzt haben wir wieder Geld. Jetzt kann ich hier die Verteidigung noch mit reinmachen. Hey, Velo. Schönen guten Abend und willkommen. Schönen Übungen bleiben. Skar, äh, Skar, wie gehörnte Ratte Skarven. Yes, yes. Die Ratten haben sie alle weggefuttert, also die Items. Ich glaube es auch, Arkadol. Dabei haben wir doch genügend Essen. Man sollte meinen, wir hätten genügend Essen. Frankie ist auch da. Es soll eine Mod geben, die das mit dem Drehen beheben soll. Weiß aber nicht den Namen mehr. Ja, aber Frankie, da sind wir wieder über den Punkt Mod. Da könnte ich mir den Hut vom Kopf ziehen, um mir die Haare auszureißen. Weil ich immer wieder sage, mein Gott, das soll doch keine Mod beheben. Das ist doch ein grundlegendes Problem des Spiels. Und soll aus meiner Sicht von den Deaths gelöst werden. Das ist doch etwas, was absolut würdig ist, von denen angegangen zu werden. Hey, Senio Jalapeno. Oh, ich grüße dich. Also, ihr wisst, was ich meine. Das ist doch einfach wieder so eine... Man verschiebt das Problem auf die Community. Soll sich die Community des Problems annehmen. Das ist genauso, als ob beim Auto der Gurt nicht richtig schließt. Und man sagt quasi, ja, die Autoschrauber, die werden das schon lösen. Versteht ihr? Deswegen aldert mich das. Ich finde das einen schlimmen Vorgang. Sehe ich das nur so? Also, ich sehe das so. So, noch mal ein paar Rattatatat-Geräte. Äh, oh. 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 As you can see, stuff has happened. Tiefenreich erweitern, jawohl. Und dagegen erst mal anarbeiten. Die ist jetzt hier wieder da mit ihrer komischen Armee. Ach Gott, ich komme da nicht raus. Ja, komm, knüppeln wir sie halt nochmal und ziehen uns danach einfach zurück. So. Jetzt haben wir es halt auf Level 1 geknüppelt. Ne, ne, äh, 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 einnehmen will ich es nicht. Ich will die halt einfach nur hier plattrollen. Das ist das, was ich hier machen will. Nun ja. Nächste Runde. Einen guten Abend an, äh, Bureika, willkommen. Akadon meint, naja, seit dem Internet geht es ja immer weiter in die Richtung. Die unsäglichen Day One Patches. Und jetzt eben auf die Modding Communities hoffen. Ja, also wie gesagt, ich gehöre zu den Leuten, die der Sache widersprechen. Und ich habe das schon vor 20 Jahren gemacht. Also ich mag da vielleicht der, der, der cringe Typ sein, der gegen den Strom schwimmt, aber ich habe schon immer da dagegen argumentiert. Und dann habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. In einer anderen, ähm, oh, wir bekommen mal einen Nicht-Andriffspakt. Nice. In einer anderen, ähm, wie heißt's, ähm, Branche, wäre das halt nicht nur, äh, nicht nur uncool. Das wäre halt teilweise skandalös. Man würde das als skandalös ansehen. In manchen, also wie gesagt, hier geht es natürlich nicht um Leben und Tod, wie bei einem Goat oder sowas in der Art und Weise. Ich wollte bloß quasi mal zu dieses Beispiel bringen. Aber, ähm, mach das mal mit einem Toaster. Mit einer Mikrowelle, mit irgendwas. Ne, also, in gewisser Weise verstehe ich schon, also, wir haben zum Beispiel jetzt gerade eben das aktuelle Beispiel, Star Wars Jedi Survivor. Das Spiel, ähm, kam wohl, ich bin kein Fachmann, ich hab's nicht gespielt und es hat sicherlich auch Leute gegeben, die mega Spaß damit hatten. Aber das kam wohl für viele Leute nicht fertig genug raus. Nennen wir es mal so. Und, das, da haben einen Haufen Leute das Spiel refunded. Also, es haben einen Haufen Leute das Spiel refunded. Und man sieht schon, dass diese Unzufriedenheit wirklich in diese Richtung, so langsam aber sicher zu schlagen scheint. Und, ich weiß allerdings nicht, ob das, ja, also, wie weit diese Unzufriedenheit am Ende gehen wird. Das weiß ich nicht. Also, ob das noch schlimmer wird, ob das jetzt hier eine Ausnahmesituation war. Aber, in letzter Zeit beobachte ich halt, dass es sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Kritik an Spielen gibt. Nicht jedes gerechtfertigt. Aber, es nimmt zu. Und wieder ausgeraubt. Okay, ja, Akkodol regt sich nicht mehr drüber auf. Ja, und das ist vielleicht auch, es ist für dich sicherlich auch gut so. Sieht wahrscheinlich nicht jeder so. Und ich weiß nicht, ob, äh, also, wie gesagt, so richtig ausregend im Sinne von, so, dass ich randaliere, so tue ich nicht. Ich rede ja ruhig darüber, ne. Aber ich denke, man merkt wahrscheinlich schon, dass ich so ein bisschen da leicht, äh, also, leicht genervt bin bei dem Thema, dass das einfach immer noch so ist. So, schwer fassbar. Das ist alles schwer fassbar. Margritta bauen wir nochmal das da rein und das da. Und dann können wir endlich jetzt hier das mit dem Eisen machen. Mann, haben wir einen Lauf. Also, wenn man erstmal diese ersten beiden anfangs nervigen Fraktionen erledigt hat, dann ist das Leben hier sehr, sehr einfach. Maschus, hier Senor Jalapeno. Bis morgen, wenn du magst. Morgen Abend. Stellaris. Galactic Paragons. Okay, Sarellion kennt auch einen Streamer, äh, der das Spiel zerrissen hat, das 90% der anderen über einen grünen Klee gelobt haben. Age of Wonders 4. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer das ist. Also, ich kenne persönlich keinen Streamer, der Age of Wonders 4 zerrissen hat. Aber, manchmal ist es auch so, das muss man dann auch sehen, ne. Es ist auch manchmal auch einfach persönlicher Geschmack. Manchmal ist es auch so, dass manche Leute was anderes erwartet haben. Ähm. Für manche Leute sind es vielleicht auch die technischen Probleme. Und keine Frage, das Spiel, das habt ihr ja auch bei mir gesehen, das Spiel hatte Abstürze. Keine Frage. Das ist nicht wegzudiskutieren. Aber das alleine würde mir nicht reichen, um ein Spiel zu zerreißen. Weil das ist etwas, was gepatcht werden kann. Und normalerweise auch wird. Um ein Spiel komplett verbal zu zerlegen, müsste mehr sein, aus meiner Sicht. Also, da muss mehr sein. Dann muss es einfach so der Storyline unlogisch sein. Oder die Storyline muss dumm sein, aus meiner Sicht. Also, dass ich so ein Spiel zerreißen würde. Ähm. Oder, äh. Es muss noch mehr schwere technische Mängel geben. Also, wirklich Hardcore-Bugs neben gelegentlichen Abstürzen und so weiter. Also, da versuche ich normalerweise auch immer so ein bisschen abzuwägen. Oder mich nicht an einem einzigen Punkt aufzuhängen. Machen leider auch manche Leute, das ist auch nicht ganz reflektiert. Äh, wenn man dann quasi sich ein oder zwei Punkte rauspickt und dann über die voll abrantet. Aber dann alles andere, was daran gut ist, ignoriert. Das ist auch nicht sinnvoll und auch nicht zielführend. So, wir haben jetzt hier Level 4. Zwei Slots. Oh Gott, das Ding hat so viele Slots. Das ist der Wahnsinn. Das mit dem Mon läuft bei CA seit Dekaden um den Mods über Medieval 2. Ja, das ist richtig. Aber auch bei anderen Spielen. Wobei man dazu sagen muss, ähm, da hat, also bitte unterbrecht mich, wenn ich da jetzt gerade eben in die falsche Richtung denke. Aber da haben zum Beispiel CA und Paradox eine sehr, sehr unterschiedliche Schiene, wie man mit den Mods umgeht. Ähm, bei Paradox, klar, Paradox-Spiele haben auch so ihre Bugs. Im Gegensatz zu ganz früher, noch vor Jahren, werden die aber auch ganz, ganz gut gepatcht in den meisten Fällen. Äh, in den meisten Fällen. Ähm, aber da verlässt man sich eher nicht darauf, so wie ich das sehe. Äh, da verlässt man sich aus meiner Sicht eher nicht darauf, dass die Community die Fehler oder die fehlenden Spielmechaniken holt. Sondern dann entstehen ja eher komplett neue Conversions und was weiß ich. Paradebeispiel ist doch Siedler, was Crash-Spiele angeht. Äh, wenn ich mich da an Maurice selbst folter erinnere, so ein Spiel, das auch, äh, ist auch zu rechnen. Oh, da musst du mich mal aufklären, Quimeral, was war denn da bei Siedler? Was war denn das Problem? Ich hab das nicht mitbekommen. Prinz, weil ich finde aber auch, dass Spiele immer wieder unfertig rauskommen, da sie sich denken, die Leute kaufen es eh und patchen kann man jetzt immer noch. Ja, aber das ist auch gerade die andere Gründe, warum ich keine Spiele mehr zum Release kaufe. Ja, oder halt einfach gucken, wie es ist, ne, also, ich meine, ich kann jeden nachvollziehen, der sagt quasi, nee, ich spiele keine Spiele mehr, äh, ich kaufe keine Spiele mehr direkt vorbestellend oder sowas in der Art und Weise. Also, ist für mich nachvollziehbar, wenn man sagt, nö, ich mach das nicht mehr. Ist absolut nachvollziehbar. Komme ich da irgendwie ran? Ja, wir kommen da ran. Wir können also auch diese Siedlung hier mal platt machen. Erstmal die Scouts vor, unsere eine Million Skavensklaven, Scouts. Paddels. Ach, die wurden gerade schon irgendwie geplättet von irgendwem. Aber von wem? Ah, ne, wir bekommen trotzdem Geld. Warum haben die denn Schaden gehabt? Sarkas kauft keine EA-Titel mehr. Der Witz ist ich auch nicht. Es war vor, keine Ahnung, vor sieben, acht Jahren. Ich weiß nicht mal genau, was es war. Aber irgendetwas hatte mich damals, also es war nicht nur ein Spiel. Ähm, es waren mehrere. Es war einfach mehr so, glaube ich, die Masse. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann keinen Bock mehr auf die Spiele von denen hatte. Mag aber vielleicht, also ich kann es auch gar nicht mehr festmachen. Also, wie gesagt, ich merke mir das nicht anhand von einem einzelnen Fakt oder sowas. Sondern es ist immer eher so ein Ding, ähm... Ich weiß noch, ich habe mich sehr geärgert. Oh. Das Ding ist kaputt. Schade. Es wurde geplättet. Es wurde geplättet. Da können wir nichts tun. Spray Mask hier. Spray Mask hier. Warum eigentlich? Gibt es hier irgendwie eine Krankheit? Nee, das muss irgendwie an dem... Höh? Ich weiß nicht, warum das denen passiert. Egal. Mach's gut, Mini. Meister Umbreon meint, Blood Bowl 3 hat mich einfach selbst enttäuscht. Ich habe es ehrlich gesagt seither gar nicht mehr gespielt, obwohl ich es spielen will. Ähm... Aber irgendwie war dieses Mal der Hype auch nicht so groß wie bei Blood Bowl 2. Also am Anfang war es so ein bisschen. Aber dann nicht mehr. Die haben keine Vorräte mehr. Ja, aber was für Vorräte sollen die denn haben? Das sind doch Protonen. Also ich meine... Die haben kein Vorräte-System. Croissants? Ja, wahrscheinlich. Sie haben keine Croissants mehr. Und gehen deswegen jetzt hops. Nachvollziehbar. Bop, bop, bop. Also ich plündere den hier gerade eben die Hucke voll. Und in der Zwischenzeit baue ich einfach meine Siedlung und Warte aus. Weil es uns damit gut geht. Das haben wir alles. Ähm... Das Arsenal... Ne, ne. Das ist ja Bauwesen. Bauwesen. Hä? Moment. Moment, Moment. What's im Teufel? Nötiges Gebäude? Arsenal. Ach, das war das. Ach Gott. Ich habe in der falschen Kategorie geguckt. Und bitte mehr Einnahmen generieren. Oh, warte mal, wir können wieder was basteln. Ob ich Frostpunk 2 spielen will? Ich habe mich dafür beworben. Ich habe mich auf jeden Fall dafür beworben, weil ich mochte Frostpunk 1 damals. Und ich hätte echt Bock. Also ich werde garantiert scheitern in dem Spiel. Also Frostpunk 1 war ja auch knüppelhart. Und ich weiß, man kann es schaffen, wenn man sich richtig rein nerdet. Ähm... Aber ich mag diese Art von Spiel. Ihr wisst ja, ich mag so ein bisschen Survival-Aspekte bei Spielen. Das finde ich immer cool. Ähm... Aber ich wäre auf jeden Fall dafür zu haben. So, nochmal 3 wären möglich. Also die Yes Siles... Ganz im Ernst. Ich habe da... Ich habe da jetzt ein Fable dafür entwickelt. Ähm... Warp-Bohrer? Nein. Warp-Flamper? Von einer Rattling-Kanone. Nachladen, reduzieren wäre auch eine Idee. Jetzt haben wir halt, wie ihr sehen könnt, ermöglicht Flammenattacken für die zugewiesene Einheit. Geschossstärke plus 12% zugewiesene Einheit. Ich nehme mal Kühlmittel hier noch mit rein. Huller! Das war ein schöner Schritt nach vorn. Ich bin noch gar nicht so tief drin, äh, MNG. Also ich habe da noch keine Zeit gehabt, die einzelnen Spiele zu, äh... Die einzelnen Inhalte zu analysieren, was da alles für Ressourcen kommen. Das mache ich immer erst dann, wenn es quasi so weit ist. Weil ich einfach mit zu vielen Spielen konfrontiert bin. Das würde meine Fähigkeiten und auch mein Erinnerungsvermögen völlig überfordern. Ihr seht mich gerne bei Frostbank leiden. Gerne. Genau, Cyberjack. Deswegen habe ich ja vier Stück. Und nicht nur das, ne? Also die Distanz und der Waffenschaden von denen ist ja so brutal. Arka-Sol meinte, ich würde es nicht leiden. Ne, leiden ist es ja nicht wirklich. Ich habe ja Spaß dabei. Es ist einfach so meine Form von Gaming-Masochismus. Also gut, wir werden jetzt hier mal da ranschleichen. Hallo. Ich habe da was abgefangen. Bonk. Was ist da gerade passiert? Meine Irritation ist grenzenlos. Habe ich versehentlich den Typen getroffen gerade eben, weil der im Hinteralter stand oder wie? Muss ja so sein. Okay, wir haben Orion hier als Laura entdeckt. Ja, ich würde sagen, wir haben ihn durchaus irgendwie ein bisschen entdeckt. Und ihn in seine Schranken verwiesen. Ein Waldelf ist doch kaum was dran, wo immer die Nahrung herkommt. Machst du dir halt eine gute Suppe draus. Man kann doch strecken. Ich glaube, Skarven sind darin gut. Gebe ich ihm nochmal die 8% mehr Leben. Ja, Kampfangriff. Doppel-Isolierung. Feuerresistenz. Zauberresistenz. Ne, wir nehmen die Geschwindigkeit. Extra-Pulver. Ja. Der hat extra Pulver. Moment. Das macht nochmal genau was. Rüstung, so dringende Waffenschaden nochmal plus 10%. Ey, den musst du halt komplett neben die Jessalz stellen. Dann werden die Jessalz richtig, richtig gefährlich. Fähigkeit Rattenmut. Dickhäutigkeit. Höllengrubenbrut werden wir heute nicht sehen, äh, Sin-Gin-Gin. Befürchte ich. Das sehe ich nicht. Das werden wir heute eher nicht sehen. Deinen Optimismus zu aller Ehren, aber ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte. Hm. Das hier noch ausbauen. Das hier noch ausbauen und schon war die Kohle wieder weg. Ich kann ja immer noch was bauen. Ah, geil. Noch mehr Handelsbuch. Shadowstorm Heroes, grüß dich. Danke für den Reset im sechsten Monat. Schön, dass du dabei bist. Ich glaube, es gibt eine legendäre, dann vielleicht die, dann vielleicht die. Also wie gesagt, wir geben die Punkte noch nicht zurück. Es kann sein, dass wir die noch kriegen. Hängt es halt von ein paar Faktoren ab, ne? Zum Beispiel, ob wir die Lichtung der Könige jetzt bekommen. Und dann die ewige Eiche. Und so weiter. Genau, das Zing Zing gibt es da. Aber ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Ich glaube, ich muss mindestens Level 30 sehen. Von Level 30 bin ich noch ein gutes Stück entfernt. Weil irgendwie hier in der Ecke auch nicht so viel passiert. Und so weiter. Das ist so schmackhaft in der Überlegung, aber wir brauchen die Lichtung der Könige jetzt einfach mit drin zu sein. Mann, Mann, Mann. Also der Schaden ist ja schon echt nicht schlecht. Ja, ist ein normaler Verschleiß, aber trotzdem. Wenn man schon Schaden hat, kommt es manchmal einem mehr vor. So. Wir sind wieder an dem Punkt, wo wir einfach jetzt hier alles berechnen können. Easy going. Mehr Trefferpunkte. Und dann hätte ich gerne das Serum der zweiten Luft. Der Adrenalinschub würde ihm mehr Rüstung zu schützen. Aber wisst ihr was? Unerschütterlichkeit für 15 Sekunden ist doch einfach mal wieder nur ein schlechter Witz. Da, das ist doch viel besser. 15 Sekunden, dann kurz mal regenerieren. Viel besser. Verdammtes Rakete. Die gefühlt nicht viel Schaden macht. Hallöchen, Martin. Schönen guten Abend und willkommen. Ton des Rasereien. Ne, wir machen den Moschus der Angst. Und jetzt bauen wir das dann noch aus. Wir haben keinerlei Warp-Treibstoff bekommen in diesen Kämpfen. Schade. Einfach nur schade. Ich nehme nochmal eine Einheit. Normale Skaben. Jetzt bräuchten wir noch irgendwie einen Helden und nochmal zwei Einheiten, die irgendwie Rabatz machen können. Aber ihr seht, wir können keine weiteren Helden rekrutieren. Das hier geht aber wiederum. Jawohl. Und jawohl. Ich finde es komisch, dass uns überhaupt niemand behelligt. Das ist fast so. Also, ich habe selten so wenig Probleme gehabt. Das ist so ein Durchmarsch gerade einfach. The Real Babe, danke für deinen Prime Sub und schönen guten Abend. Also, es ist ja einfach gerade gemütlich, obwohl wir auch sehr schwer spielen. Die KI scheinen uns vergessen zu haben. Am Anfang hat sie uns kollektiv den Krieg erklärt. Jetzt machen wir den letzten weg, der wirklich ein Gegner ist. In Rathmandu geht meine Moral in den Keller? Wie meinst du das? Wie geht da meine Moral in den Keller? Achso, du meinst die Kontrolle. Jaja, deswegen baue ich ja jetzt hier auch den Plattformen des Aufsehers. Das meintest du. Diplomatie mit Grom? Ja, man könnte mal gucken, ob da was geht. Handeln wollen die nicht. Also, Grünhäute können ohnehin nicht handeln. Ja, ich bin bereit. Nö, also, ihr seht auch, es ist auch keine Diplomatie möglich, über die es wert wäre, zu reden. Und das wird dann jetzt wohl unsere Eiche sein. Willkommen in Feuerholz! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Fraktionsweit. Wachstum alle Provinzen. Das ist nicht mal ein schlechter Buff. Ja, wir nehmen das dann. Das große Streichholz. Das große Streichholz. Gut, das große Streichholz. Haben wir eigentlich noch weitere Siedlungen, die benannt werden wollen? Ich meine, ich habe ein paar Siedlungen am Start. Also, wenn wir was haben, dann Siedlungen. Die solchen Viecher brauchen wir hier nicht. Ja, komm, wir könnten das hier uns noch holen für diese Mopeds. Guten Tag, das wurde doch gerade genauso... Ach, Streichelholz. Ach, Streichelholz. Okay, dann nehmen wir mal Gritta, das große Streichelholz. Nee, warte mal. Ich finde es witziger, wenn das hier noch so heißen wird. Also das große Streichholz und... ...das große Streichelholz. Streichelholz. Ja. Hier regnen die ein bisschen schneller. Da fehlt ein R. Wo fehlt ein R? Ach, Streichelholz. Ja, 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 ja. Das große Streichelholz. Dankeschön, guten Tag, für den Hinweis. Warlock Master. Das Leben ist billig. Und bei den Ratten auch willig. Jetzt werden die Skabensklaven noch mal ein bisschen besser. Naja, besser. Wir sollten nicht so sehr darüber nachdenken, was das in diesem Kontext bedeuten kann. Nicht allzu viel. Bigger Warp-Stein-Rüstung. Geschoss-Resistenz und Rüstung. Noch mehr Rüstung. Wisst ihr, was der Gag ist? Ich werde jetzt hier einfach die einzelnen Fraktionen im Artelloren plätten. Also ich habe mal eine Frage. Hat von euch jemand neulich diese Fraktionen, die ich gerade eben spiele, gespielt? Mir kommt das gerade einfach nur bescheuert einfach vor. Die nächste Siedlung der Waldelfen, die ich einnehme, Holzlaboratorium. Ah, okay, Staatsherr. Machen wir. Wahrscheinlich das hier. Wahrscheinlich. Ich möchte daran erinnern, wir spielen hier auf sehr schwer, sehr schwer. Und das Spiel so... Ja, ich gucke mal hin und wieder rein. Darauf habe ich gewartet, dass mal was passiert. Wisst ihr, was der Witz ist? Der hat Krieg mit Arquilon, ne? Hat jetzt trotzdem Zeit für mich. Hat jetzt trotzdem Zeit für mich. Also das Holzlaboratorium wird wahrscheinlich jetzt hier die Felsenhallen von Findol sein. Ratnarok. Alles klar. Hallöchen, Holy Death. Oh, was ist da los? Dieser bleibend und treu. Ja, ja. Also, dieser bleibend und treu. Ja, ja. Vielleicht zu treu. Muss Pläne spielen, aushecken. Einige Möglichkeiten. Aber was tun, tun? Zu Beginn, ein Auge. Zu Beginn, äh, Runde haben Kommandanten eine Chance, Loyalität zu gewinnen. Gehilfen töten? Nein. Ihn besprühen. Ich glaube, ich werde ihn besprühen. Und der hat auch ein Dilemma. Schweifstrecker? Plus 50 Prozent? Auf jeden Fall. Ach, guck mal, wer da ist. Nein. Nein. Wie kommt denn das zustande? Ein Hinterhalt. So, wir haben die ersten Surge geklatscht. Aber warum sind die da reingesprungen? Sind die doof? Ich meine, die müssen doof sein. Den habe ich aus der alten Eiche geschüttelt. Offensichtlich. Der ist hier rüber gesprungen, ne? Wild. Einfach nur wild. Feinde, Säge. Also, immerhin haben wir jetzt wieder einen Krieg, ne? Aber, das war, das wirkte auf mich jetzt gerade eben auch nicht so richtig ernst gemeint von ihm. Mit der Truppe, die jetzt hier aufgeschlagen ist. Das war mehr so ein, ne, hau. So, wir haben jetzt übrigens Skavensklaven, sagen wir ihm hier, die, äh, ich glaube, Rettungszau- Ah, ne, der begleitende Kommandant, nicht die gesamte Armee. Der Kommandant bekommt das. Ja, okay. Ja, stimmt, die Zwerge sind keine echten Gegner. Kommt drauf an, was sie haben. Aber ich weiß, was du meinst. Genau, ich zünde im Elfenwald. Nachhaltig. Noch mehr Glocke hier. Und diese Armee muss jetzt echt mal, äh, vergrößert werden. Ach, guck mal, wir, da sind doch die Rattenogre, die wir schon die ganze Zeit diskutieren. Äh, es gibt einen Namenswunsch, von dem ich weiß, dass es ihn gibt, für Rattenogre. Wie, wie war der nochmal? Also, wie war die, äh, der Namenswunsch? Ich weiß, dass es den gab. Ratatosk. Ratatosk. So. Der Tod ist, wenn Kugelmörse ist, vom Schaden her sicher die stärkste Einheit. Ja, definitiv. Ey, das Ding ist so brutal. Eigentlich schon lächerlich stark. Gehört verboten. Natürlich schon bekommt man selber Lust, Skarven zu spielen, obwohl ich sie nicht so sehr magst. Ja, Rutsch, die dann bin ich wieder in den Punkt, dann mache ich meinen Job richtig. Ne, also, ich mag ja die Abwechslung. Deswegen lasse ich euch auch immer mitentscheiden und so weiter und so fort. Dann gibt es immer wieder was Neues. dass wir einfach mal so die unterschiedlichen Sachen durchspielen, weil äh, ich bin nicht so der Typ, der sich gerne an einer einzigen Sache, also selbst am selben Spiel möchte ich immer unterschiedliche Sachen erleben und mich nicht immer an einer Sache festbeißen und irgendwie dasselbe tun. Dann würde ich bekloppt im Kopf werden. Äh, äh, das könnte sein, dass du eventuell nicht alle DLCs hast oder dass du vielleicht nicht angemeldet bist bei... ähm, Toto Access oder es liegt wirklich darin, dass da weniger sind. Das ist auch nicht 100% auszuschließen. Also, wir müssen jetzt ja erstmal ganz, ganz kurz mal ein bisschen regenerieren. Noch mehr Wein! Kann auch griechischer sein. Dann können wir wenigstens eine Hymne dazu singen. Also, ich mach mir ein bisschen Sorgen jetzt hier, was die Zwerge da treiben. Warte mal, du hast nicht genügend Bewegung. Ich will gucken, ob ich, äh, Sarah Gesilio holen kann. Äh, dann mach mal Ausrufezeichen Rabatt in den Chat, Dark Knight. Dann siehst du ihn, neben zwei anderen. Inklusive Link. Kannst du bei mir immer mit Ausrufezeichen Rabatt abrufen oder es ist normalerweise auch in den YouTube-Videos in der Regel immer in der Videobeschreibung alles drin. Solange ich mich nicht vertippe, was schon ein oder zwei Mal sagen böse Stimmen vorgekommen sein soll. Da ist der Krieg mit den nächsten Waldelfen. Das ist vorauseilender Gehorsam, Findol. Eltarion hat das Schwert des Cain. Stink auf Kommand. Also wir umklammern erstmal, dass wir kuscheln. Mit Findol. Und schon wird daraus ein Pyrosieg. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das muss doch irgendwie anders zu lösen sein. Wir kämpfen das. Genau, da bietet jemand seinen Wald als Standort für das Holzlaboratorium an, richtig. Jetzt muss ich halt bloß irgendwie einen Weg finden, die zu bekämpfen. Eigentlich ist das hier der bessere Ort, weil da meine Schützen besser wirken können. Hier haben wir das Problem, dass meine Schützen nicht ihre Reichweite ausspielen können. Das muss also alles eher hier ablaufen. Ja, das wollen wir machen. Gegen Waldelfen ist immer ätzend. Das unterschreibe ich. Also wie gesagt, der Angriff muss über hier laufen. Auf gar keinen Fall über da. 1, 2, ne, die 2 packen da hin. 3, 4, 4, 5, Moppet da vorne hin. Helden da hin. Wir werden Zeit haben. Deswegen lasse ich die von da kommen. Wir werden den Feind sowieso jetzt erstmal einfach nur zusammenschießen. Da, guck mal, da. Das ist die Waldgarde gewesen. Da. Ja. Wir werden die Asprey. Dieкі schlimmer in den Feind song. Er hat jetzt noch alle herself proportiert. Das ist die G vind. Und sie waren in der Guck mal, wie die da runde geballert werden. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Machen wir mal hier auf. Das ist der Wahnsinn. Wir machen das erstmal einfach nur ein paar Einheiten kaputt. Das ist der gesamte Plan. Und der funktioniert bis jetzt ganz gut. Hä, warum bist du da außen rumfahren? Das gibt ihm ja gar keinen Sinn. Die Reichweite ist einfach nur geil. So, jetzt machen wir hier die ollen Baumschrade weg. Jetzt macht ihr den Lichtungshauptmann. Okay, der ist gerade nur bedingt zu sehen. Aber das wird wahrscheinlich trotzdem reichen. Eieieiei, da schmilzt der Käse in der Mikrowelle. Hi Frankie Time. Äh, doch, ich habe einen Nuke dabei, aber... Brauch sie gerade nicht. Ich setze die Nuke doch nur ein, wenn ich sie brauche. Und jetzt beginnt das Elend hier auch. Und jetzt beginnt das Elend hier auch. Zu viel Beschuss. Zu viel Beschuss. Die haben einfach ätzend viel Reichweite. Die haben einfach ätzend viel Reichweite. Die haben einfach ätzend viel Reichweite. Die haben einfach ätzend. Die haben einfach ätzend. Die haben einfach lacht. Die haben einfach ätzend. So, die haben wir jetzt gleich wieder die Nase voll, dann kannst du wieder da entstehen. Rückt mal da vor, wo ist Ickett, wo ist Ickett, da. Kann ich das da machen? Die müssen hier weg. Ja, hat leider nicht ganz so viel geholfen, wie ich es mir erhofft hatte. Die Einheit kann die Schlachtfälle verlassen. Okay, ihr seid nicht die Nummer 5. Ihr seid die Nummer 6. Und die Nummer 6 greift an. Und die Nummer 7 greift an. Oh, der hat auch schon wieder fett Schaden gekriegt, ey. Ich hasse es, wie sie immer die Heroes rauspicken, ey. Das ist super ätzend. Warum lauft ihr außen rum, sind die alle doof? Ihr könnt hier doch durch. Und die Okay, das Ding macht einfach mal gar keinen Schaden. Der Treffer war gut. Hier geht noch da jetzt hin. Die Warpflammenwerfer habe ich hier nur bedingt, Möglichkeiten sinnvoll einzusetzen. Leider. Hmm. 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 Ah, geht's mal da hin. Könnt ihr auf diese Tiefwald-Kundschafter schießen? Ich fände es voll gut. Und doppelt obergecasteten hier rein. Und doppelt obergecasteten hier rein. Ist nicht gerade hilfreich, was hier passiert. Und doppelt obergecasteten hier. 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 Was mache ich Nur mit den Warp Fire Throwern Die tun komische Dinge die ganze Zeit Aber keine sinnvollen Dankeschön Kerdol Für Dein Prime Sub Und natürlich noch ein Pixel Luigi Willkommen Die ich schlage sie schon so gut wie gelaufen jetzt kocht diese komische ewige wache genau finde ich auch cyberjack die sind also warpp flammenwerfer sind taktisch schwer einzusetzen also wenn man es schafft sind sie mega aber im gegensatz zu den zwergischen flammenwerfer haben das problem dass sie einfach zu wenig aushalten und das schränkt ihre nützlichkeit ungemein ein es 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 Ja, 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 ja. Du hast auch keine Muni mehr, dann ziehe ich dich zurück. Ihr flieht. Ich will nicht, dass ihr sterbt. Das ist ein gezielter Rückzug. Oh Gott, ihr habt das Mauer bekommen. Nicht gut, nicht gut. Oh Gott. Oh Gott. Was machen ja ja klar man macht schaden mit waffen waffen teams auf jeden fall sehe ich ganz genau so das ist das hier kampf tänze der azra ignorieren wir mal wir gehen mal an denen hier vorbei ich glaube fernkämpfer haben sie schon weitgehend eingebüßt aber nur weitgehend ja ja Kill-Sequenz! Stay, babe! Quick, fast! Quick, bow! Und zurück und jetzt können wir hier wieder angreifen. Hier geht er auch hoch. Mit Iggy da raus! Stormvermin! Masterkill! Ready, ready! Sling, start! And back forward! Slingers! Scammery! Move, move! Die, die! Die, die! Die, die! Guten Abend, Rosa auf Willkommen! Sehr schön, bist du durchgeholzt! So, jetzt rennen die auch weg! So, jetzt rennen die auch weg! Und das ist der Armilos! So, endlich haben wir das Holzlaboratorium! Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht wirklich irgendwie was verloren habe! Naja, bei den Skavensklaven sind es halb so schlimm! Aber von der Hauptarmee scheint alles noch zu leben! Bei dem bin ich mir nicht sicher, ob der überlebt hat! Ich hoffe es sehr! Aber die haben sich einfach wieder super ausgezahlt! Und ich habe übrigens noch keine Skillung in die hinein investiert! Naja, ich habe noch keinen Punkt reingesetzt, damit die Einheiten besser werden! Die können sogar noch ein bisschen fieser werden! Ja, der lebt noch! Es lebt alles noch! Tada! Ist eigentlich fast schon zu schade, dass wir es nicht nehmen! Aber wir nehmen es nicht! So! Okay, es ist eigentlich ihren Jägerlager, aber wir machen trotzdem das Holzlaboratorium draus! Das Holzlaboratorium! Das Holzlaboratorium! Und das dürfte auch das Ende von denen gewesen sein! Ja! Drei! Oh ja! Oh ja! Mehr Munition! Mehr Schießen! Das hätte uns gerade eben wahrscheinlich auch noch ein bisschen geholfen! Hätte ich noch mehr Munition gehabt! Holender Warpsturm! Ja, komm! Ich nehme mal versengen, damit wir auch mal in der Richtung einen schönen Bodenzauber haben! Das Klingenschild! Rattner Rock! Ne, Rattner Rock haben wir noch nicht! Danke, dass du das nochmal sagst! Rattner Rock! Mach ich gleich! So! Rattner Rock! Machen wir irgendwo hier jetzt! Genau! Margritta wird Rattner Rock! Rattner Rock! Bitte nicht verschreiben! Gute Nacht, Montravan! Schön, dass du da warst! Bis morgen, wenn du möchtest! So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder genügend Geld, um ein oder zwei Dinge zu bauen! Ich wollte ja gucken, was hier auf uns eventuell lauert, oder ob da was lauert! Da scheint nicht viel zu lauern! Ich will ihm aber auch nicht gewähren, dass ich jetzt hier einfach mal so überrascht werde von ihm, dass der Truppen da plötzlich reinpackt! So, Waffenteams! Ähm, die Reduktion der Nachschladezeit haben wir! Die ewige Trommel, damit es, damit die Munition aufgefüllt wird! So, jetzt haben wir Scharfschützenumhang selten! Geschossstärke, Geschossresistenz, Attributschleicher! Was aber irgendwie nur halb so nützlich ist, wenn alle jetzt als Schleicher sind! Es sei denn, das kann man auch einem Helden geben! Dann wird's witzig! Wenn ich es nämlich einem Helden geben kann, dann kann ich es auch ihm geben! Great victory! Telltale der Klans! Ja! Dann geb ich's ihm! Dann ist der plötzlich als Schleicher mit seinem Töv-Töv unterwegs! Und hat noch mehr Geschossresistenz! Halt, warte mal, gibt's irgendwas, wo ich mehr Verlustverstärkung mache? Nein, gibt's nicht! Nächste Runde! Jaja, wir haben ja deswegen ja auch einen Warlock-Techniker mit den Waffenteams! Der bufft die halt schon ziemlich bis unters Dach hoch, ne? Das ist saugeil! Eigentlich muss ich jetzt wieder ein bisschen regenerieren, bevor ich jetzt wieder zuschlage! Ach, komm! Oh, nee! Jetzt kommt da jeder einzelne von denen! Einer nach dem anderen will Krieg! Ich will aber grad nicht gegen die kämpfen! Also nicht in der jetzigen Ausgangslage, was die Lebenspunkte angeht! Äh, das war so nicht geplant! Ich wollte ihn eigentlich da reinschicken und nicht hier! Naja! Aber wenn er da reingeht, ist das hier nicht mehr verteidigt, ne? Das ist eigentlich schon mal gar nicht so schlecht! Wenn er da angreift, ist es ein Fehler, den er begeht! Hin und weg! Geschwindigkeit für alle Einheiten! Ich muss mir grade vorstellen, wie Ikid bei seinem Gefährt auf ne Hupe oder ähnliches drückt und die Gegner so... War da was? Ne, vermutlich nicht! Genau, weil er Schleicher ist! Einfach nur köstlich! Willst du viel? Geh nach Zaraxil! Und ausrauben wäre cool, aber wir nehmen's einfach! Mach der Empire größer! Under Empire! Warlock von Skate and Blight! Mehr Wormstone! Jetzt, jetzt! Ich verbessere nochmal das Versenken! Ich brauche halt echt irgendwas, dass wir schneller regenerieren! Also, das ist etwas, was mich grad eben überrascht, dass wir so... Was wollt ihr denn hier?! Geht! Ey, ohne Witz, wo kommen die denn her?! Einfach mal ne Aufrührerarmee hier gespawnt, ne? Ist klar! Das macht man halt so, um das Spiel spannend zu halten! Weißt ihr, ich hab grad nen Krieg, vorhin war nicht viel los! Angriff der Unterwassergoblos, ja! Das sind eindeutig Amphibien-Goblins, die bestehen aus einer Verbindung aus Seetangen und Pilzen! Eine ganz weirde Kombination! Genau, das habe ich gemeint! Wobei, ich hab's nicht ganz genau so gemeint! Was haben die jetzt angegriffen? Okay, sie sind sogar noch ein bisschen dummer als ich dachte! Sie sind sogar ein bisschen dömer! Ich will sie anlocken, deswegen repariere ich den Laden! Jetzt hier! Und stelle was rein, was auf sie unverzichtbar leicht wirken muss! Also, sie haben sich entschieden, nicht zu gehen! Mal gucken, wie das laufen wird! Korallen, naja, Pilze und Korallen haben ja eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun! Ich hab einfach nur gerade eben deswegen gesagt, das ist eine ganz rüde Verbindung, was da bei uns hier an Land gespült wurde! Das sollte es eigentlich nicht geben! Oh ja, Hot Fox! Ich finde, also, ich fand auch diese Aufwiegler-Armeen nie eine gute Sache! Also, ich habe auch keine Ahnung, warum die immer noch im Spiel drin sind! Wahrscheinlich wird sich einfach nicht genügend darüber beschwert, aber... Die meisten sind auch einfach hintergrundtechnisch, Lore-technisch einfach nur Bullshit! Hey, hier entwickelt sich mal langsam aber sicher was! Ein Schutzbündnis! Wir haben ein Schutzbündnis! Wer hätte... Ja, leck's mich doch! Guck mal, wer da auch ankommt! Der will auch im Wald irgendwie Holz holen gehen! SENSOREN DETECTED! Und jetzt haben sie sich gerade eben selbst zum Teufel geschickt! Genau, die Bretonen mit den Blutrittern zum Beispiel, Zauber, genau! Wenn ein Vampir-General plötzlich mit Blutrittern und Gralsrittern unterwegs ist! Das finde ich dann manchmal schon ein bisschen schwierig! Oder wenn Trolle zusammen mit Troll-Slayern in einer Armee durch die Gegend laufen! Gibt's ja auch! Also wisst ihr, ich habe ja kein Problem damit, wenn sie irgendwelche wilden und toten Mischmaschs machen! Also wenn zum Beispiel einfach die Vampire und die Vampir-Piraten irgendwie in einer Aufrührerarmee mischen! Geschenkt! Aber es gibt einfach Kombos, die sind eigentlich für jeden Warhammer-Fan ein rotes Zug! Weil man einfach sagen muss, also das, 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 das geht nicht! Das würde nie passieren! Komm déみ! Komm bitte! Huh cool! N PMensche. Wird sehr währendiges Flos og Sicher – Hier sind die Plastge können, die Meter schwärgern. Jeden? So, wir werden jetzt einmal draufhalten. Das Ding geschreddert, das wir da mal reinrollen. Ihr wisst ja, eigentlich, die können eigentlich gar nicht schöner stehen. Es ist unmöglich, dass sie schöner stehen würden. Feuer frei. Schießt sie zu brei. Ich dachte eigentlich, ich hätte denen ein Angriffsbefehl gegeben, aber anscheinend sehen sie das anders. Der ist schon down. Geil. Ich wusste, dass sie sich sammeln. Das hat mich zu keiner Sekunde überrascht. Warum bekommen sie so wenig Damage? Jetzt scheint's... Ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es mit ihnen vorbei. Erledigt. Und down gehen sie. 203 Verluste gegen 1000. Wenn man bedenkt, dass aus der Sicht der Elfen das fatal sein müsste. Das muss einfach fatal sein. Weil die können ihre Verluste nicht so leicht ausgleichen. So, und jetzt haben die nämlich in ihrer Siedlung nichts mehr drin. Mehr Verlust. Genau. Mehr tote Ratten heißt, weniger Mäule zu stopfen. Ne, Sarkas? Das ist doch der Gedanke dahinter. Genau. Wir nehmen die Verlustverstärkung. Jawohl. Ach, ich hab vergessen, dieses eine Item ihm zu geben. Ich dussel. Was wollt ihr denn hier? Mann, sind die nervig. Ja, dann als halt der Nächste. Die haben ja nochmal eine Armee. Ach, die haben ganz viel überlebt. Wie? Ah, cool. Ach, das kann ich gar nicht... Oh, das kann ich ihm gar nicht geben. Das steht aber nicht explizit dran. Okay, das steht erst dran, wenn man's versucht. Okay, das ist natürlich doof. Ja, wie gesagt, so eine Radlingkanone, was soll's. Blitz! Bitte recht freundlich. Den Flammenwerfern? Oh, stimmt, ist auch eine gute Idee. Hallöchen an der Fuchs. Danke für den Prime Sub und willkommen. Tinker, Tinker, Tinker. So, nochmal recken. Und hier verstecken. So. mehr Uhr, alte List. Dann würde ich ihm jetzt die Kräutigkeit geben, damit er weniger Schaden frisst. Wir holen uns noch den Explosionsmeister. Da haben wir maximale Munition und Reduktion der Feuer... Äh, eine Nachladegeschwindigkeit. Reduktion der Feuergeschwindigkeit wollen wir nicht. Das wäre das Gegenteil. Todesraserei als nächstes. Mach's gut, Burak. Schön, dass du da warst. So eine Warpflammewerfer muss ich denn irgendwie einrichten. Der hat die Rüstung schon. Ja, komm, der bezeichnete Veteran. Und unser Streichhölzlein ist wieder am Start. Hä, wo hat denn der seine Hauptarmee hinbewegt? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ist bestimmt da irgendwo im Hinterhalt. Oder auch nicht. Ah, da sind sie. Wieder ein Hinterhalt. Äh, ohne Witz. Die haben halt ohne Witz einen Bastilladon dabei. Die sind aber weitgereiste. Ich sag's euch. Weitgereiste Gobbos. Das Zwergending bedrohende Dingschredder haben wir jetzt auch. Also egal, was er jetzt macht. Das kann für ihn eigentlich nicht gut enden. Meine Planung ist immer best. Gute Nacht, Zauberer. Bis denne. Ah, das können wir auch was bauen. Nice. Dann können wir Bilbali noch expandieren. Und hier noch ein bisschen ein Mäulchen reinschmieden. Ja, in Saragsyl machen wir natürlich wieder Wachstum. Aber bis jetzt läuft das eigentlich alles ganz gemütlich. Stephen Blythe, hier ist mein Name. Not at all. Sayanaxotas. Was für ein Name. Klingt doch überhaupt nicht Goblinartig, oder? Sayanaxat Naxotas. Wenn ihr das klingt, Goblinartig? Jetzt bin ich kein Fachmann für Goblins, aber ich finde ihn nicht. Herr Schrollbraten meint, könntest du im Rundenwechsel vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung geben, wie Skarveneinheiten funktionieren? Finde ich noch komplizierter, als sie wechseln. Tatsächlich funktionieren die eigentlich so, du hast billige Einheiten, also du hast im Grunde eigentlich immer eine Taktik, die grundsätzlich auf irgendjemand muss den Kopf hinhalten. Am Anfang machst du das mit Skarvensklaven. Du kannst also eine ganze Armee ganz, ganz billiger Goblins aufbauen, Entschuldigung, Goblins, Skarven aufbauen, die also wirklich von einem Kommandeur deiner Wahl geführt wird. Und da sind nur Skarvensklaven drin. Und ich empfehle da immer eine entsprechende gesunde Mischung aus Geschosseinheiten und den beiden verschiedenen Nahkampfeinheiten mit Speer oder mit normaler Handwaffe. Das sind die, die den Kopf hinhalten. Die werden später ergänzt durch eine weitere Armee, wo zum Beispiel Clanratten drin sind. Die Clanratten sind auch keine Value-Einheiten, überhaupt nicht. Das ist nur die nächste Stufe, die sind besser im Kopf hinhalten. Und am Ende läuft es auf die Sturmratten hinaus, die die besten Einheiten im Punkt Kopf hinhalten sind. Das sind aber auch keine Value-Einheiten. Die Value-Einheiten bei den Skarven sind immer die speziellen. Und das kommt auf die Fraktion an. Du hast zum Beispiel bei uns jetzt hier die ganzen Waffenteams. Die Waffenteams machen ja den Schaden. Die schießen den Gegner kaputt, die werfen Bomben, die machen so ein Kram. Dann hast du andere Fraktionen, die setzen ganz krass auf Monster. Das ist zum Beispiel bei Skrots. Skrots setzt volle Kanne auf Monster. Die sind diejenigen, die zum Beispiel den Flankenangriff durchführen. Beinahe schon klassisch, um dann den Gegner von hinten, währenddessen die den Feind hier binden, niederzumähen. Die einzige Ausnahme ist so ein bisschen Clan-Pestilenz. Pestilenz hat da noch die unkreativste Art und Weise zu spielen. Die haben tatsächlich Nahkampfeinheiten, die können Schaden austeilen, sind aber sehr, sehr, sehr fragil. So Glaskanonen sind die solchen Priester. Die funktionieren als einzige ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ist die Strategie immer der, du bindest den Gegner mit einer bestimmten Art von Einheit, die den Kopf hinhalten kann. Und du stellst einfach nur die Frage, wie teuer darf es sein? Umso teurer die Einheit ist, desto länger kann sie normalerweise diesen Kampf spielen, um den Kopf hinzuhalten. Und dann versuchst du einfach mit deinen Value-Einheiten, Monster oder in meinem Fall Geschützeinheiten, zu wirken. Irgendwie. Also sie irgendwie so ranzukriegen, dass der Gegner sie nicht kriegt, aber du wirken kannst. Ja, aber die solchen Priester sind, sag ich jetzt mal, eigentlich, Reudiger Rabe, schon die Special Unit von Lord Skroi, von Clan Pestilenz. Der hat, soweit ich weiß, nicht viel. Der hat halt, glaube ich, diese Krankheiten, aber sind wir mal ehrlich, diese Krankheiten sind es nicht wert, darüber zu diskutieren. Weil, vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden, machen die nicht genug. Die machen einfach nicht genug. So. Und dann kannst du natürlich auch noch andere Sachen machen. Also, du kannst natürlich auch bei den Skaven grundsätzlich mit dem Untergrund arbeiten. Also, dass du dir diese, ähm, Moment, ich zeig's dir gleich. Ich glaube, ich hab sogar noch so ein Teil. So, also so ein Tunnel, siehst du, oh Gott. Bitte hören sie auf, in der Sonne zu schmelzen. Gut. Es sei denn, sie haben es schon kaputt gemacht. Sie haben, ne, sie haben sich kaputt. Und dann hast du halt hier noch diesen Untergrund, was? Ein Außenposten ist hier auch noch mit drin. Also, ich hab jetzt hier eine Unterstadt, ne. Und in der Unterstadt kannst du zum Beispiel auch hergehen und, äh, ja, also diverseste Dinge reinbauen. Du kannst aber auch zum Beispiel dafür sorgen, dass die Stadt irgendwann mal gestürmt wird. Wie du sehen, also die Stadt hier kann ja zum Beispiel bei der Fertigstellung dieses Gebäudes, wird sie niedergerissen. Dann ist sie endgültig kaputt. Kann man ja so aufbauen, dann wird sie einfach gesprengt. Äh, oder du kannst einfach hergehen und sagen, du machst hier den Rattenkönig rein und sorgst dafür, dass die Rattenflut am Ende kommt. Das Problem ist was, das ist eigentlich erst im Endgame so richtig sinnvoll, weil du nämlich eine ganze Menge Technologien hast, die hier und da die Armee, die aus diesem Untergrund kommt, verstärkt. Am Anfang ist die richtig, richtig schlecht. Äh, und erst gegen später bekommst du dann halt, äh, das muss man gerade, hier, genau hier, fügt der Armee aus Rattenflut-Unterstadtgebäuden eine zusätzliche Einheit Clanratten hinzu. Das ist nur ein Beispiel. Das ist überall, auch hier zum Beispiel, nochmal eine Einheit Clanratten und so. Äh, und auch teilweise auch ein paar bessere Einheiten. Äh, aber das ist halt so dermaßen Endgame-Content. Wenn du an den Punkt gekommen bist, dann machst du das eigentlich nur noch zum Spaß. Und nicht mehr, weil du es musst. Weil du einfach in dem Punkt doch schon zu stark geworden bist. Als dass du diese Spielmechanik noch bräuchtest. Zumindest sehe ich das so. Also ich habe das noch nie nutzen müssen. Ich habe es einmal zum Spaß genutzt und da hat es versagt. Das ist, das, 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 das hat mich damals schon ein bisschen geärgert. Solche Priester haben keine Yes-Siles und keine Gatling. Ja stimmt, die haben nicht exakt das gleiche. Wahnsinn! Ja, Meister, ja, Meister. Wir haben die Akkuessenz. N'Kari, der Netteste von ihnen. N'Kari ist der Netteste aus dem Wurf des Chaos. Er kümmert sich um seine kleine Ratten. Liebevoll. Triefend vor Liebe. Gute Nacht, MNG. Ich finde, die KI entdeckt Unterstädte viel zu oft. Ja, ist auch so. Ist auch definitiv so. Siege clean. Definitiv. Also es, es dauert einfach auch teilweise viel zu lange. Aber es liegt halt einfach daran, es ist halt auch immer ein Wurfelwurf. Na, jede Runde wird halt gewürfelt. Ob es klappt oder nicht. Angereicherter. Der hat eine Läu von 10. Angereicherter Warpsteinstaub. Ne, ganz im Ernst, wir lassen ihn schlimm mutieren. Ey, guck mal, wie krass der dann wird. Der Radikal bekommt dann einfach Mordsfähigkeiten. Okay, soviel zu dem Thema, dass wir irgendetwas hier mit Handel machen dürfen. Also der ist jetzt hier schlimm mutiert. Komm, dann geben wir ihm nochmal einen Heiltrank mit. Der ist mehr wert. Der hat jetzt dadurch halt schon ganz ordentliche Werte. Der hat nochmal mehr Nahkampfangriff, weil er Raserei hat. Der will Atombomben haben, um Ultran zu zerstören. Bestimmt. So, Waffenteams, ähm, jetzt gehen wir auf die Warpflammenwerfer. Geschossstärke, ne, Rüstung, ja, dass sie ein bisschen mehr aushalten. So, jetzt haben wir hier noch die Verderbnisbringer freigeschaltet. Warpflammenwerfer, spezielle. Äh, was brauche ich hier? Ich brauche hier, benötigt Level 3 der, der Warpflammenwerfer. Wir haben jetzt Level 2. Wir haben jetzt Level 2. Aber wir kommen hier auf jeden Fall gerade eben ganz, ganz gut durch. Neue Waffenteams. Mich nervt es, was da gerade eben abgeht. Na, egal. Wir bleiben hier einfach noch so lange und recken. Gibt für mich keinen Grund, das anders zu handhaben. Ey, die vampirische Korruption geht hier wieder völlig durch die Decke. Hello there. Na, geh nochmal ein bisschen weg, nicht, dass der dich jetzt hier holt. Ratna Rock. Was machen wir mit dir? Noch mehr Geld. Und eine Verteidigung. Und ich habe immer noch eine Nukularrakete auf der hohen Kante. Äh, was ist neu in 3? Sarellion? Ob der Heildrang die Mutation halt? Nein. Aber guter Witz. Ne, ne, das war schon in Warmer 2 so. Wenn du, äh, das sind diese typischen Dilemmas, diese, äh, Loyalitätsdilemmas. Wenn die Loyalität besonders hoch ist oder besonders niedrig, kannst du solche Loyalitätsdilemmas kommen. Bei hoch wirst du belohnt in der Regel. Ähm, dann kannst du irgendetwas machen und du kriegst entweder ein Item und manchmal wirst du gefragt, ey, willst du stattdessen, dass er das... Also wir hatten vorhin zum Beispiel schon mal, dass er, dass ein anderer wird irgendwie mit einem Duft besprüht, dann bekommt er Kampagnenboni-Effekte. Mit plus Kontrolle, plus Wachstum und was weiß ich was, wo er sich gerade befindet. Äh, und es gibt noch diese andere Alternative wie diese gerade eben. Ach du Scheiße. Ach du Scheibenkleister. Scary Forward, ja, ja, ja. Yes, yes, yes. Ähm, was bist du für einer? Ein Warlockmeister. Ein disziplinierter Kriegsherr. So, jetzt mach ich hier nämlich wieder genau das gleiche, was wir schon ein paar Mal gemacht haben. Wir holen uns jetzt hier eine Armee aus dummen Ratten. Lokale Rekrutierungskapazität, jawoll. More Warpstone, yes, yes. Ja, nächste Runde sind die soweit. Und die soweit, und die soweit, und dann? Nö, da spare ich lieber. Jetzt hoffe ich mal, dass irgendeine dieser Armeen mit hier blöd in den Hinterhalt rennt, wenn sie schon so doof sind, wenn wir ankommen. Mach's gut, Lucindra, bis morgen, wenn du magst. Argalis. Argalis. Ich sehe zum ersten Mal gerade eben, dass diese Stadt so heißt. Ich bin immer so über diese Stadt so drüber gerollt. Und zum ersten Mal habe ich ja einen Grund, sie etwas näher anzuschauen. Schade. Ich weiß nicht, wo diese Zwergenarmee so plötzlich herkam, aber ich habe auch gerade eben eine Runde lang nicht geguckt. Manchmal ist es echt so, als ob das Spiel wissen würde, dass ich nicht hingucken würde. Also diese positiven Events gibt es garan... Wo kommt der denn her? Der ist... Fragwürdig. Also diese positiven Events gibt es schon seit Warmer 2. Ich habe die auch schon bei meinen... Die habe ich auch in Warmer 2 schon gehabt. Ziemlich sicher. Also auch bei den wenigen Skaven Let's Plays, die ich durchgeführt habe, hatten wir die. Bin ich mir sehr sicher. Du kriegst normalerweise immer die Aussage von einem Item. Ich habe das festgestellt, die Items sind meistens nicht unbedingt so wert. Vor allem, weil sie auch die Loi senken. Ich nehme meistens immer diese Mutation oder dass er quasi besprüht wird und dann bekommt er so einen mega geilen Perk. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich am besten verteidige. Oh Mann. Ja, eigentlich hier, ne. Ne, wir machen es hier hin. Der kontrolliert halt de facto um fast alle Türme hier. Sollen sie doch reinkommen. Ganz im Ernst, sollen sie doch. Dann stellen wir uns noch da hin. Genau, die Skaven Slaves stelle ich auch mal so ein bisschen weiter da vorne hin, dass sie eher so den ganzen Quatsch tanken müssen. Hier haben wir leider auch noch so viele Crap Units. Oh Gott. Und die werden hier auch durchmarschieren. Die laufen hier so durch. Ja, dann muss ich hier zu machen. Irgendwo, wo keine Fernkämpfer sind, gibt es nicht. Fernkämpfer haben sie immer irgendwo. Na dann, habe ich jetzt alles hier? Ja. Spiel glaubt nicht an unseren Sieg. Ich erhöhe mal die Geschwindigkeit. Bis ich was bauen kann. Oder bis irgendwas Wichtiges passiert. Also, wo hast du noch Türme? Da ist noch ein Turm. Das ist auch dein Turm. Witzig. Oder bis irgendwas. Ja, oder bis irgendwas. Na dann. Das kommt! Genau. Ja, oder bis irgendwas. Ja. Ja. warte mal wie geht das nochmal auf seine schwache eindeutung feind zu zerstören trefferpunkte unter 50 prozent okay kann ich gerade noch nicht machen also ich würde mal sagen die trefferpunkte sind unter 50 prozent trotzdem nicht benutzen warum jetzt ja 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 ich habe mich ich habe mich ich habe mich ich habe mich jetzt schon wieder nicht schön wie dann ist noch mit dahin noch dahin noch dass dahin halb ich in sebastian king grüße ich danke im zweiten na wie geht es dir hoffentlich gut das sind ritter des imperiums da gehe ich mal besser mit den speerträgern wo ist denn noch symptom da ist noch so ein trug das freut mich sebastian king ready ready now yes yes jetzt 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Warte, warte. Ja, ja. Ja, Master. Ja, ja. Na, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hm, ne komm ich. Halt euch mal hier auf. Einfach mal nur zum Trollen. Great, great. Yeah. We're all back underground. That's our runners. Ready, ready. Our tail's yours. Back underground. Down. Countess, come on. Clan rats. Rock a-cha-cha. Get down. Stay with slaves. Ready, ready. Shaala Julius! Das gefällt mir nicht! Mmmh, move. Mmh. Mmh, skittertin link. Hallo? So, der Held flieht jetzt endlich. So, der Held fliegt jetzt endlich mal den Kampf hier beenden an der Stelle. Na, guck mal, wie groß der Grüne behalten wird mit der Zeit. Das kriegst du halt mit fast keiner anderen Fraktion hin. Skaven-Power. Hier macht Sinn, die noch auszuholzen. Die Rakete spare ich mir auf. Ich glaube, ich werde sie nicht brauchen. Okay. Und was, Master? Was? Was? Orders? Attack! Get in front of me! Skaven! Yes, yes! Council of Command! lasst euch auf gar keinen fall aufhalten ja es war einfach so auch eine geile stelle hier zu verteidigen gibt es einfach selten so wie es auch erledigt naja das dinge wird sich schon kümmern also eigentlich wird es eine ganz tolle stelle für eine rakete aber wie gesagt ich hoffe ich will es nicht brauchen was backwards we we die die Bist du den Karten? Drei, bereit! Geht zum anderen! Stand still! Clan rats! Clan rat spears! Auf, auf, auf! Grieg, grieg! So, die fliehen. Sehr gut. Macht sie fertig. Oh, da kommen noch mal Bierenkämpfer. Jetzt wird es ätzend. So, wie viele Turme können wir noch setzen? Zwei, aber sie sind alle nicht dort, wo ich sie bräuchte. Ne, ich will den General töten. Warum rennt ihr den da rein? Ha, geil. Der hat sogar beide erwischt. So, wie kann es eigentlich sein, dass die hier so unbehelligt sind? Die sind immer noch so unbehelligt. Unfassbar, was hier passiert schon wieder. Der General ist doch schon fast down. Das ist gerade echt ein gefährlicher Moment. look, es ist wieder nervös. So, das war ich. Mal sehen, wir schauen. Nietzsche. Ok, queueั้, werfen Sie. Oh, guck mal, dass wir jetzt hier irgendetwas Gewinnbringendes noch hinbekommen. Na also. Also, ich sag's mal so, ne, mit einer anderen Fraktion, hätte ich diesen Sieg jetzt nicht gesehen. Das kriegst du halt mit Skaven hin. Nur mit Skaven, oder fast nur. Also, die Skaven haben da halt einfach eine gute Verteidigung. Ich meine, irgendwo macht es auch Sinn, ne, viele Skaven und so weiter und so fort in so einer Stadt drin. Aber es ist halt auch einfach so, dass sie halt auch viel mehr sind. Und alleine schon dieses viel mehr oder aus irgendeinem Grund stehen sie auch deutlich stabiler als zum Beispiel diese dämlichen Zwergeneinheiten. Also, ich meine, irgendwie ist halt einfach in Warmer 3 die Verteidigungsfähigkeit auch der einzelnen Einheiten irgendwie zurückgegangen. Ist so ein bisschen mein Eindruck. Das war eine Nebensiedlung. Das ist, glaube ich, einer der ganz seltenen Momente. Also, ich meine, es war keine Top-Angreifen-Army. Aber da waren Quality-Units drin. Und mit Zwergen hätte ich das nicht verteidigt. Mit Hochelfen hätte ich das nicht verteidigt gegen das. Ich glaube auch mit Dunkelelfen nicht. Ich bin mir auch sicher, dass ich es mit dem Empire nicht verteidigt hätte. Ich, ich, also ich schiebe es auf zwei Sachen. Einmal die Units. Und einmal die, ähm, Qualität der verteidigbaren Position, die wir hatten. Mit so vielen Turmen war schon geil. Kann man nicht anders sagen. War schon eine geile Sache. So, und das ermöglicht uns jetzt hier, dir wegzuklatschen. Und damit den Laden jetzt hier einfach zu nehmen. Tachau. Die ist wegrennt. Äh, direkt ist der Statter raus angegriffen. Äh, großer Sammler. Ja, Verlustverstärkungsrate, immer. Energieüberladung. Toll. So, da, da, da. Aber, Leute. Ich glaube, für heute ist es gut. So, ich speichere da mal. Wir sind morgen Abend auch um 18 Uhr wieder live. Wir spielen Stellaris, den neuen DLC Galactic Paragons. Der, äh, der, äh, auch am Dienstag rauskommen wird. Äh, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr schaut zu. Und ich schicke euch jetzt weiter und wünsche euch jetzt noch allen eine gute Nacht. Danke an alle, die sich im Chat beteiligt haben. Danke fürs Dasein, für den schönen Abend. Einen guten Start in die Woche. Und danke für alle, die gesappt haben, ne? Für die tolle Unterstützung. Falls ihr noch auf YouTube folgen wollt, weil ihr es noch nicht gemacht habt, auf beiden Kanälen. Ausrufezeichen YouTube in den Chat für den Hauptkanal, für Let's Plays und Infovideos. Und Mörb Uncut für die Streams, wenn ihr sie später nochmal anschauen wollt. Und, äh, ja, wenn ihr nach einem Rabattcode sucht, Ausrufezeichen Rabatt in den Chat. Und gerade eben ist, glaube ich, noch der Endspurt des, ähm, wie heißt's, Spring Sale bei Games. Blendet mal Ausrufezeichen Sale in den Chat. Da könnte auch noch das eine oder andere für euch dabei sein. Ähm, ja, und wie gesagt, HelloFresh. Könnt ihr auch mal gerne ausprobieren, wenn ihr es wollt. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Bin gespannt, ob ihr es auch wärt. Also, gutes Nächtchen alle miteinander. Und ich guck mal, wo ich euch jetzt heute noch hinschicke. Ach, dann bedanke ich mich mal bei der lieben Shuyoka. Grüß die Pia von mir. Die spielt Age of Wonders 4. Egal, die bleibt nicht ganz einfach.